Chris und Willi bereiten sich auf den Tag vor. Wer von beiden lebt nicht allein? Willi putzt sich die Zähne, doch da ist noch eine weitere Zahnbürste im Badezimmer. Die gehört sehr wahrscheinlich einer anderen Person. Also würde ich sagen, Willi lebt nicht allein. Jetzt wirf einen Blick auf diese Bilder von Philipp und Kai. Einer von beiden wohnt mit seiner Freundin zusammen. Erkennst du wer? In Philipps Kleiderschrank befinden sich ein paar High Heels und ein Kleid. Er hat wahrscheinlich eine Freundin. Sieh dir die Zimmer von Luna und Eva an. Eines der Mädchen hat eine Schwester, mit der sie sich das Zimmer teilt. Wer? In Lunas Zimmer steht ein Doppelstockbett. Ich wette, sie hat ein Geschwisterkind. Okay, einer dieser Jungs hat eine Katze. Kannst du erkennen, wer? 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 Es ist der Typ rechts. Sieh hin, die Tapete unten an der Wand ist zerkratzt. Jetzt zeige ich dir nacheinander ein paar Bilder. Deine Aufgabe ist es herauszufinden, was damit nicht stimmt. Bereit? Hier kommt das Erste. Die Sonne scheint, aber die Kamele werfen keinen Schatten. Hier kommt das Nächste. Was stimmt hier so gar nicht? Sieh dir die Flagge ganz oben auf dem Gebäude und den Baum in der Nähe an. Es scheint, dass der Wind in verschiedene Richtungen weht. Das ist unmöglich. Das hier ist ziemlich einfach. Was meinst du? Das Spiegelbild ist falsch. Achte auf die kleinsten Details. Was stimmt hier nicht? Der Schulbus hat keine Tür. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Bild. Was ist es? Sieh dir die Uhr an. Im Winter gibt es zu dieser Zeit keinen Sonnenuntergang. Esme geht im Wald spazieren. Sie verläuft sich und findet das Haus der Hexe. Sie geht hinein, um um Hilfe zu bitten. Die Hexe und ihre Katze haben einen Gast. Der Enkel der Hexe ist zu Besuch. Er hat schon von Esme und ihren Rätselfähigkeiten gehört. Also will er ihr auch ein Rätsel stellen. Er nimmt ein T-Shirt und schneidet zwei Löcher hinein. Seine Frage lautet, wie viele Löcher hat das T-Shirt jetzt? Acht. Bei zwei hineingeschnittenen Löchern sind da zwei pro Seite und vier insgesamt. An jedem Wochentag ist Katja auf dem Weg zur Arbeit einen Apfel. Eines Tages fällt ihr eine Frau auf, die Blumen verkauft. Die Frau überreicht einem Mann einen Strauß und sagt Thunfisch-Sandwich. Am nächsten Tag sagt sie einer anderen Person Joghurt. Und am Tag danach ist es Eier. Katja wird neugierig und geht zu der Frau, um ein paar Blumen zu kaufen. Die Frau sagt Apfel. Was ist ihre seltsame Superkraft? Die Frau weiß, was ihre Kundinnen zuletzt gegessen haben. Simon ist in das neue Mädchen in seiner Klasse verknallt. Endlich fragt er sie nach einem Date. Um sie zu beeindrucken, erzählt er ihr, dass er ein geheimes Spezialtraining absolviert hat und auf dem Mond war. Er hat sogar ein Foto. Das Mädchen sieht es sich an, aber glaubt Simon nicht. Wieso? Auf dem Foto steht Simon auf dem Mond. Trotzdem ist im Hintergrund noch ein Mond zu sehen, was unmöglich ist. Er hat vielleicht ganz ordentliche Photoshop-Skills, aber so ganz zu Ende gedacht hat er nicht. Die reiche und sehr bekannte ältere Dame Frau Stefans lebt seit Jahren allein. Sie hat eine interessante Macke. Jedes Mal, wenn es an der Tür klingelt, öffnet sie nicht, bevor sie Hut und Mantel angezogen hat. Errätst du wieso? Sie weiß erst, wer vor der Tür steht, wenn sie sie öffnet. Ist es eine Person, die sie mag, erklärt sie, dass sie gerade nach Hause gekommen ist und bittet ihren Gast herein. Möchte sie keine Zeit mit der Person verbringen, sagt sie, dass sie gerade gehen will. Frau Jonas liebt Musik. Also schickt sie ihre Tochter Janina auf eine Musikschule und sorgt dafür, dass das Mädchen jeden Tag übt. Eines Tages muss Frau Jonas zwei Wochen lang auf Geschäftsreise gehen. Sie trägt Janina auf, weiter jeden Tag zu üben und das Mädchen sagt ja. Als Frau Jonas zwei Wochen später wieder zurückkommt, merkt sie, dass Janina nicht geübt hat. Woher weiß sie das? Das Klavier ist staubig, also ist es eine Weile her, dass Janina es geöffnet hat. Eine Gruppe Außerirdischer aus einer anderen Galaxie entdeckt den Planeten Erde und beschließt, die Menschheit zu studieren. Vier von ihnen verwandeln sich in Menschen und besuchen unseren Planeten. Doch die Außerirdischen schaffen es nicht, sich als Menschen auszugeben. Sieh dir diese Fotos an und versuche, einen Außerirdischen zu finden. Hier ist das erste Bild. Fällt dir irgendetwas Seltsames auf? Dieser Typ hat blaue Haut. Er muss ein Außerirdischer sein. Das hier ist etwas schwerer. Siehst du hier einen falschen Menschen? Es ist Winter und es ist kalt, doch dieser Typ trägt nur eine kurze Hose. Wenn das keine unmenschliche Fähigkeit ist, kalte Temperaturen zu ertragen. Was ist mit dem hier? Sieh genauer hin, was dieser Typ da ist. Das sieht gar nicht nach Menschen-Essen aus. Okay, was sagst du hierzu? Ist dir aufgefallen, dass der hier sechs Finger hat? Ich wette, das ist der. Frau Lorenz hat drei Töchter, die nach 20 Uhr nicht mehr raus dürfen. Die Frau ist auf der Arbeit, als eine Nachbarin sie anruft und erklärt, sie hätte eine ihrer Töchter im Einkaufszentrum gesehen. Frau Lorenz ruft sofort jedes ihrer Mädchen an. Mia sagt, sie hätte draußen Badminton gespielt. Nicole erklärt, sie hätte online mit ihren Freundinnen gelernt. Paula antwortet, sie hätte Computerspiele gespielt. Wer lügt? Mia, sie kann unmöglich allein Badminton gespielt haben. Und da ihre Schwestern beschäftigt waren, konnten sie nicht mit ihr spielen. Ich habe eine Freundin namens Anna. Ihre Mutter ist die außergewöhnlichste Person. Sie hat grüne Haare, trägt Röcke und Hosen zusammen und hat einen Waschbären als Haustier. Außerdem hat sie drei Töchter. Ihre älteste heißt Mittwoch, ihre mittlere Tochter heißt Donnerstag. Errätst du den Namen der jüngsten Tochter? Nun, es ist die Mutter von Anna, also heißt die dritte Tochter Anna. Am ersten Tag der Uni verschwindet Ronja spurlos. Ein Detektiv hat drei Personen unter Verdacht. Die Dekanin Frau Kroll, den Putzmann Herr Richtig und Ronjas beste Freundin Kassandra. Frau Kroll sagt aus, dass sie an ihrem Halbjahresbericht gearbeitet und ihr Büro nicht verlassen hat. Herr Richtig antwortet, dass er das Mädchen nicht gesehen hätte. Kassandra gibt an, den ganzen Tag mit ihr an der Uni verbracht zu haben, bevor Ronja nach Hause gegangen ist. Wer von ihnen lügt? Es muss die Dekanin Frau Kroll sein. Es ist der erste Tag der Uni. Ein Halbjahresbericht kann unmöglich schon fällig sein. Della und Aurora sagen immer die Wahrheit, doch an ihrem Geburtstag lügen sie jedes Mal. Heute ist der dritte September und ihr Freund Marc fragt beide, wann sie Geburtstag haben. Della antwortet, meiner war gestern. Und Aurora sagt, ich habe morgen. Am nächsten Tag stellt Marc beiden die gleiche Frage, doch ihre Antworten bleiben die gleichen. Wann haben die Mädchen Geburtstag? Jede von ihnen hat an einem der beiden Tage gelogen, also müssen diese beiden Tage ihre Geburtstag sein. Della hat beide Male gesagt, er wäre gestern gewesen. Ihr Geburtstag muss also der dritte September sein. Am zweiten Tag hat sie dann die Wahrheit gesagt. Und der vierte September ist Auroras Geburtstag. Sie hat am ersten Tag die Wahrheit gesagt und an ihrem Geburtstag gelogen. Helene und Sabine überqueren die Straße, ohne aufzupassen. Helene hört Musik und Sabine schreibt Nachrichten. Wer ist in Gefahr? Es ist Sabine. Sie überquert die Straße genau da, wo eine Kurve ist. Ein Auto kommt auf sie zu und der Fahrer hat eventuell nicht genug Zeit, um zu reagieren. Serafina und Flora wollen auf eine Party gehen, aber ihre Eltern haben ihnen Hausarrest gegeben. Serafina beschließt sich durch die Hintertür rauszuschleichen und Flora will durch ihr Schlafzimmerfenster abhauen. Wer wird es nicht zur Party schaffen? Wahrscheinlich Flora. Ihr Vater sitzt direkt an ihrem Fenster und liest. Er wird sie sehr wahrscheinlich gehen sehen. Beate und Sandra sollen schwimmen lernen. Beate geht zu dem See in der Nähe ihres Hauses und Sandra fährt mit ihren Freundinnen ans Meer. Wer ist in größerer Gefahr? Beate. Sie ist allein und es ist niemand in der Nähe, der ihr helfen kann, falls etwas schief geht. Doreen schenkt ihrem Bruder ein neues Fahrrad. Es soll eine Überraschung sein. Also schließt sie es in ihrem Zimmer ein und geht zur Arbeit. Als sie zurückkommt, ist das Fahrrad weg. Sie weiß, dass jemand in ihrer Familie ihr einen Streich gespielt haben muss. Ihr Bruder sagt, er hätte nichts gesehen. Ihr Vater erklärt, er hätte ein Fahrrad bemerkt, als er an ihrem Zimmer vorbeigegangen wäre. Aber er hatte es eilig, zur Arbeit zu kommen. Und ihre Mutter antwortet, sie hätte den Tag unten verbracht und einen Kuchen gebacken. Wer hat ihr den Streich gespielt? Es muss Doreens Vater gewesen sein. Sie hat ihr Zimmer abgeschlossen. Also kann er das Fahrrad nur gesehen haben, wenn er hineingekommen ist. In einer magischen Welt gibt es zwei Städte, die durch eine Brücke verbunden sind. Die Stadt am linken Flussufer wird bewacht. Niemand darf sie ohne schriftliche Erlaubnis betreten oder verlassen. In dieser Stadt wird Ellie gefangen gehalten. Sie kann fliehen und muss auf die andere Seite. Es dauert zehn Minuten, die Brücke zu überqueren. Doch der Wärter kommt alle fünf Minuten aus seinem Haus. Wie schafft Ellie es über die Brücke? Ellie sollte die Stadt verlassen, wenn die Wache zu ihrem Haus zurückkehrt. Nach fünf Minuten sollte sie umkehren und auf die Wache zugehen. Wenn sie sich dem Mann nähert, denkt er, sie wolle in die Stadt kommen. Doch da Ellie keine Erlaubnis hat, schickt er sie zurück in die Stadt am rechten Flussufer. Mr. Wilsons Firma hat seit neuestem finanzielle Probleme. Eines Tages rief der Mann die Polizei. Er sagte, jemand sei in sein Büro eingebrochen. Sie haben meinen Safe mit all meinem Geld gestohlen. Die Beamten fragten ihn, wie er darauf komme, dass es mehrere Täter waren. Naja, mein Safe wäre für eine Person zu schwer gewesen. Die Polizei wusste sofort, dass Mr. Wilson log. Wie? Wäre der Safe wirklich so schwer gewesen, hätte er wohl Abdrücke im Teppich hinterlassen. Nachdem eine Bank ausgeraubt wurde, fand die Polizei eine Tasche mit dem Geld im Park unter Kakteen. Die Beamten verhafteten drei Verdächtige, brauchten aber nicht lange, um herauszufinden, wer die Bank ausgeraubt hatte. Weißt du, wer es ist? Der Mann links. Er ist der Einzige mit ein paar Kratzern. Die müssen von den Kakteen kommen. Die Polizei verdächtigte Deborah, in Diamantenschmuggel aus dem und ins Land involviert gewesen zu sein. Beweise gab es allerdings nicht. Deshalb beobachtete Detective Taylor die Frau, um etwas Stichhaltiges herauszufinden. Eines Tages sah er, wie Deborah in ein Haus ging. Als sie es wieder verließ, konnte er allerdings keine Diamanten entdecken. Sie muss sie im Haus gelassen haben. Wie hat sie das gemacht? Deborah trug Stiefel mit abnehmbaren Absätzen. Dort drinnen waren die Diamanten versteckt. Sieh dir dieses Bild an und versuche herauszufinden, wer die Mutter dieses Typen ist. Die Frau rechts ist auf jeden Fall ein Mensch. Sie kann unter Wasser nicht atmen. Der Typ scheint damit aber kein Problem zu haben. Er lächelt und sieht entspannt aus. Außerdem hat er Kiemen. Die Meerjungfrau ist wohl seine Mutter. Detective Martin wollte einen Hochzeitsring für seine Verlobte aussuchen, als ein Mann mit schwarzer Maske in das Juweliergeschäft stürmte. Er zwang die Besucher zu Boden und nahm sich den teuersten Schmuck und das Geld. Danach sah Martin den Mann mit einem roten Motorrad flüchten. Der Detective sprang in sein Auto und nahm die Verfolgung auf. An einem Punkt kam er an eine Kreuzung. Wo sollte er jetzt hinfahren? Plötzlich sah Martin ein Auto aus der entgegengesetzten Richtung kommen. Er fragte den Fahrer, ob er ein rotes Motorrad gesehen habe. Nee, ich habe nur ein silbernes Cabrio gesehen, sonst nichts. Danach bog eine Frau mit ihrem grauen Auto von links ein. Auch sie sagte, sie habe das rote Motorrad nicht gesehen. Dafür aber ein gelbes Motorrad und eine Fahrradgruppe. Und ein Mann, der von rechts kam, meinte, er habe nur einen großen blauen LKW gesehen. In welche Richtung ist der Räuber geflüchtet? Das Motorrad kann nur im blauen LKW sein. Ein einzigartiger Diamant wurde in einem berühmten Museum ausgestellt. Er wurde stets bewacht und nur eine Gruppe aus zehn Leuten durfte den Raum betreten. Nachdem eine Gruppe den Raum verließ, ging der Alarm los. Die Sicherheitskräfte rannten in den Raum und fanden einen jungen Mann vor. Sie durchsuchten ihn, fanden aber nur ein paar Rechnungen, ein Feuerzeug, eine Flasche mit Limo, eine Kamera und ein Handy in seiner Tasche. Die Sicherheitskräfte mussten den Mann gehen lassen. Am nächsten Morgen wurde jedoch verkündet, dass der Diamant gestohlen wurde. Wie ist das passiert? Der Mann ersetzte den echten Diamanten mit einem Duplikat und versteckte den echten in seiner Limo-Flasche. Mr. Raymond Lopez, ein reicher Geschäftsmann, verlangte umgehend nach seinem Assistenten. Doch der hat Urlaub außerhalb der Stadt gemacht. Es war Mittwoch, als Mr. Lopez ihm einen Brief geschrieben und ihn gebeten hatte, so schnell wie möglich zurückzureisen. Jetzt ist schon Sonntag und immer noch kein Assistent in Sicht. Lopez wollte sich nach dem Urlauber erkundigen. Als er ankam, ging es seinem Assistenten offensichtlich gut, der gerade am Packen war. Oh, Mr. Lopez, ich habe Ihren Brief erst gestern bekommen. Ich wollte in einer halben Stunde zurückreisen. Du bist gefeuert. Ich brauche keine Leute, denen ich nicht vertrauen kann. Du wolltest nur länger Urlaub machen, das ist alles. Wie kam Mr. Lopez darauf? Der Kalender auf dem Tisch des Assistenten zeigt, dass heute Montag, der 4. November ist. Sonntags werden keine Briefe zugestellt. Er hat also gelogen. Eine weitere Bank in einer Großstadt wurde ausgeraubt. Ein Detektiv knöpfte sich den Hauptverdächtigen vor. Ich habe mich schon die ganze Woche unwohl gefühlt. Und deshalb mein Apartment seit drei Tagen nicht mehr verlassen. Nicht mal zum Essen kaufen. Mein Kühlschrank ist voll. Sehen Sie nach. Gesagt, getan. Er öffnete seinen Kühlschrank. Doch dem Detekte fiel etwas Seltsames auf und er wusste, dass der Mann log. Er verhaftete ihn. Was ist ihm aufgefallen? Na, zuerst einmal sieht das Brot auf dem Tisch frisch aus. Und wäre der Mann wirklich seit drei Tagen drin gewesen, wäre der Kühlschrank doch nicht mehr so voll. Zumindest bei mir nicht. Ein Kunstexperte bezahlte bei einer Auktion viel Geld für ein Gemälde, das eigentlich nichts wert war. Das wusste er auch. Er galt als ehrlicher Mann und hatte keine kriminellen Absichten. Warum hat er dieses Bild gekauft? Auch wenn das Bild nichts gekostet hatte, war es der Rahmen, der ein Vermögen wert war. Nachdem in der Stadt einige Verbrechen passiert sind, erstattete die Polizei den Hauptverdächtigen einen Besuch ab. Er lebte auf dem Land. Als die Beamten das Haus betraten, fanden sie niemanden darin. Sie durchsuchten das gesamte Gebäude, sogar den Dachboden, der einer Müllhalde glich. Danach entschieden sie zu warten, bis der Besitzer nach Hause kommen würde. Einer der Beamten ging etwas Wasser kaufen. Als er zurückkam, erzählte er dem Rest seiner Kollegen, dass die Durchsuchung abgeblasen werden kann. Warum? Als die Polizei eintraf, waren die Fenster des Dachbodens geschlossen. Doch nun sind sie offen. Der Verbrecher muss sich also im Dachboden versteckt haben und dann über die Fenster geflüchtet sein. Zwei Personen stehen am Fluss. Beide wollen auf die andere Seite. Doch das Boot hält nur eine der beiden Personen über Wasser. Trotzdem schaffen sie es beide über den Fluss. Wie? Sie standen an gegenüberliegenden Ufern. Detective Adams ging in den Park, um sein Mittagessen in der Sonne zu genießen. Doch dann bemerkte er drei Männer, die um einen Brunnen rannten. Jeder von ihnen schrie, Dieb! Schnapp den Dieb! Der Detective war verwirrt. Wer war nun der richtige Dieb? Er entschloss sich, das Ganze weiter zu beobachten. Nach einer Weile verringerte sich der Abstand zwischen den Männern. Detective Adams wusste nun, wer der richtige Dieb war. Du auch? Wäre der dritte Mann der Dieb gewesen, Hätte der zweite sich einfach nur umdrehen müssen, um ihn zu schnappen. Das gleiche gilt für den zweiten Mann. Das heißt also, der Mann an der Spitze muss der Dieb sein. Wie kannst du einen ganzen Apfel in eine Glasflasche bekommen, Ohne ihn zu schneiden oder das Glas zu zerbrechen? Stülpe eine Flasche über den Ast eines Apfelbaums im Frühling und dann warte einfach, bis drinnen ein Apfel wächst. Scott, ein berüchtigter Einbrecher, kam eines Abends nach Hause. Erst einen Tag zuvor hat er ein paar teure Gemälde aus Mr. Smiths Haus gestohlen. Er war in seinem Wohnzimmer, als er die Polizei an seine Wohnung treten sah. Scott gab seiner Frau Anweisungen und schlüpfte schnell aus der Hintertür. Als der Beamte an der Tür klopfte, sagte ihm Scots Frau, Mein Ehemann ist schon seit einer Woche weg. Er sollte heute nach Hause kommen. Und prompt kam Scott nach Hause. Er umarmte seine Frau, als hätten sie sich ewig nicht gesehen. Doch die Polizei glaubte dem Theater nichts. Warum nichts? Sieh dir den Hund an, wäre sein Herrchen über eine Woche weg gewesen, würde er jetzt wie wild durch die Gegend hüpfen. Doch das Tier hat Scott ja erst vor ein paar Minuten gesehen und ist deswegen kein bisschen aufgeregt. Wenn es um Mitternacht regnet, kannst du davon ausgehen, dass es in 72 Stunden wieder sonnig sein wird? Nee, in 72 Stunden ist ja wieder Nacht. Detective Lee wurde in einen Familienbetrieb gerufen. Die Besitzerin erzählte ihm ihre Version der Geschichte. Ich war nur für ein paar Minuten in der Küche. Als ich zurückkam, war alles Geld aus der Kasse gestohlen. Zu der Zeit waren nur drei Besucher im Café. Alle waren Frauen. Als der Detective sie fragte, wer das Geld geklaut hatte, riefen alle, sieh was! Die erste Frau fügte hinzu, die Besitzerin ist meine Freundin. Wie könnte ich ihr das antun? Die zweite Frau sagte, ich hab aus dem Fenster geguckt und meinen Kaffee getrunken. Ich hab nichts gesehen. Und die dritte Frau gab an, ich würde nie etwas stehlen. Wer von euch hat das Geld geklaut? Detective Lee hat schnell herausgefunden, dass die Diebin die zweite Frau war. Erstmal haben die anderen beiden Frauen auf sie gezeigt. Und zweitens behauptete sie, dass die erste Frau das Geld gestohlen hatte. Doch hätte sie wirklich aus dem Fenster geguckt, wie würde sie sich so sicher sein können? Während eines Feuers wurde noch eine Bank ausgeraubt. Der Sicherheitsbeamte sagte der Polizei, dass er einen Sack Geld in Sicherheit bringen wollte. Er musste kriechen, um nicht zu ersticken. Doch als sich die Brandtür öffnete, stieß sie ihn am Kopf. Als er wieder zu sich kam, war das Geld verschwunden. Was gefiel der Polizei an seiner Geschichte nicht? Alle Brandtüren öffnen sich nach außen. Eine junge Dame hat dieselbe Anzahl an Brüdern und Schwestern. Doch jeder ihrer Brüder hat halb so viele Brüder wie Schwestern. Wie viele Schwestern und Brüder gibt es denn nun in der Familie? Es sollten vier Schwestern und drei Brüder sein. Miss Harrison rief die Polizei und berichtete, dass jemand in ihr Haus eingebrochen sei. Als die Beamten eintrafen, war die Frau an einem Stuhl gefesselt. Sie sagte, dass der Einbrecher ein Mann in einer schwarzen Maske gewesen sei und sie bewegungsunfähig gemacht habe. Danach habe er alles gestohlen und sei geflüchtet. Doch die Polizei glaubte Miss Harrison nicht und verhaftete sie für die Falschaussage. Warum? Wenn sich die Frau nicht bewegen konnte, wie konnte sie dann die Polizei rufen? Heute ist Hayleys Geburtstag. Ihre Eltern versprachen ihr ein Geschenk. Doch zuerst musste sie es auch finden. Um dem Mädchen zu helfen, gaben sie ihr eine Notiz. Darauf stand Wo sollte das Mädchen nach ihrem Geschenk suchen? Klingt als kämen ihre Eltern aus Skandinavien, aber nur, weil sie einen Buchstabensalat aus jedem Wort gemacht haben. Stellt Hayley die Buchstaben richtig um, bekommt sie konkrete Anweisungen. Dein Geschenk ist im Keller versteckt. Sydney hat ihrer Mutter erzählt, dass sie übers Wochenende mit ihrer Gymnastikgruppe in ein Sportcamp fährt. Mrs. Stevenson kannte ihre Tochter gut und wusste, dass das nur eine Ausrede war. Sydney wollte ihr Wochenende nämlich mit ihrem Freund verbringen. Trotzdem half sie ihrer Tochter beim Sachenpacken. Als das Mädchen zurückkam, war sie sauer auf ihre Mutter, weil die Zahnbürste in der Tasche fehlte. Und da wusste Mrs. Stevenson, dass sie recht hatte und Sydney nicht auf einem Sportausflug war. Wie hat sie das rausbekommen? Als sie die Sachen ihrer Tochter gepackt hat, hat sie die Zahnbürste in die Sporttasche getan. Wäre Sydney wirklich auf einem Sportcamp gewesen, hätte sie diese Tasche geöffnet und die Zahnbürste entdeckt. Hat sie aber nicht. Das heißt, sie hat wohl keinen Sport getrieben. Sieh dir diese Leute an, die ihren Einkauf erledigen. Eine Person hat eine Wassermelone gestohlen. Weißt du, welche? Es muss der Typ rechts sein. Er hält einen Fußball in den Händen, der sehr schwer zu sein scheint. Eigentlich wiegen Fußballer aber nicht viel. Das muss die Wassermelone sein. Mason ging auf Expedition zur Antarktis. Sein Chef wollte, dass er ihm Fotos sendet, als Beweis, dass er auch wirklich da ist. Mason schickte ihm jeden Tag Bilder. Doch als er von seiner Reise zurückkam, feuerte ihn sein Chef. Schau dir die Bilder genauer an. Was hat dem Chef daran nicht gefallen? Mason sagte, er sei in der Antarktis. Doch in einigen Bildern kann man Palmen sehen. Kein Wunder, die Fotos waren gephotoshoppt. Und sein Chef wusste das. Mason war im Urlaub. Ein älterer Herr konnte sehr schlecht sehen. Er lebte mit seinem Sohn Mark zusammen, weil er Hilfe im Alltag benötigte. Eines Tages lehnte der Herr in seinem Sessel, als sein Sohn das Essen vorbereitete. Plötzlich hörte Mark Glas scheppern. Der Sohn rannte ins Zimmer und sah ein zerbrochenes Fenster. Er fragte, was passiert sei. Sein Vater sagte ihm, dass irgendein Mann mit dunklen Augen und dunklen Haaren einen Stein ins Fenster geworfen habe und dann flüchtete. Mark glaubte seinem Vater nicht. Warum nicht? Sein Vater konnte schlecht sehen. Und als das passiert gewesen sein soll, hatte er keine Brille auf. Er hätte weder den Randalierer noch seine Haare oder seine Augen sehen können. Savannah ging mit ihrem Mann auf Geschäftsreise. Am Abend fühlte sich die Frau nicht wohl und wurde ohnmächtig. Als Savannah ein paar Stunden später aufwachte, konnte sie sich an nichts mehr erinnern. Vor ihr standen zwei Männer und beide behaupteten, ihr Ehemann zu sein. Doch sie wusste einfach nicht mehr, wer ihr richtiger Mann war. Kannst du ihr helfen? Beide gingen auf Geschäftsreise. Deshalb haben sie sich dementsprechend gekleidet. Der Typ im Hoodie sieht nicht formal genug aus. Ihr Mann muss also der andere Herr mit dem Anzug sein. Auch diese Frau Susanna kann sich nicht mehr erinnern, welcher ihr Mann ist. Sei doch so nett und hilf ihr. Es muss dieser Kerl sein. Sieh mal, er trägt einen Ring. Der andere scheint nicht verheiratet zu sein. Evas Eltern, John und Catherine, kamen ins Krankenhaus, um ihren Teenager abzuholen. Kannst du ausmachen, welcher von ihnen ihr Kind ist? Es ist das Mädchen. John und Catherine sind Evas Eltern. Eva ist ein Mädchenname und sie ist das einzige Mädchen hier im Raum. Esme geht wie immer im Wald laufen. Kurz vor der Abenddämmerung hat sie sich wieder einmal verlaufen. Sie irrte umher, bis sie an ein Hexenhaus kam. Das Mädchen streichelte die Katze, grüßte die Hexe und fragte sie nach dem Nachhauseweg. Zufällig nahm die Hexe zu der Zeit an einem weltweiten Mathe-Wettbewerb für Hexen teil. Sie wollte unbedingt gewinnen und allen beweisen, dass sie die schlauste Hexe der Welt ist. Es gab noch eine letzte Aufgabe, die sie einfach nicht lösen konnte. Die Hexe versprach Esme, dass sie nach Hause gehen könne, wenn sie ihr helfen würde. Wenn nicht, müsste sie für immer im Hexenhaus bleiben. Hier ist die Aufgabe. Bilde drei identische Quadrate, indem du nur drei Streichhölzer bewegst. Du musst die drei Streichhölzer nur dorthin schieben. Das funktioniert und Esme kann nach Hause. Thor bat seine Freunde, sein Passwort mit drei Ziffern auf seinem Laptop zu erraten. Jeder von ihnen versuchte es mal. Die Antworten lauteten 357, 902, 907 und 954. Auch wenn keiner auf die richtige Zahl gekommen ist, erriet jede Person zumindest eine Ziffer, die korrekt war und an der richtigen Stelle stand. Knackst du Thors Passwort? Da von jedem nur eine Ziffer richtig erraten wurde, kann die erste Ziffer keine 9 sein. Sonst hätten drei Leute die erste Ziffer richtig erraten. Dann gäbe es auch nicht genug Leute für die dritte Ziffer. Die einzige Möglichkeit ist also die 3 an erster Stelle. An zweiter Stelle kann also weder eine 5 noch eine 7 stehen. Es muss eine 0 sein. Zwei Personen haben sie richtig erraten. Und an dritter Stelle muss die 4 stehen. Wäre es die 2, hätte jemand zwei Ziffern richtig erraten müssen. Die 0 und die 2. Aber das haut nicht hin. Thors Passwort lautet also 304. Schülerinnen wurden für eine Aufgabe in zwei Gruppen eingeteilt. Storm, Dean und Brooke waren im Team Gelb. Elsie, Emma und Vera im Team Lila. Wenn wir dieser Logik folgen, zu welchem Team gehört dann Lexie? Im Team Gelb befinden sich nur Leute, deren Namen eine Silber hat. Während in Team Lila nur Personen mit einem zweisilbigen Namen sind. Lexis Name hat zwei Silben, also gehört sie zu Team Lila. Atlas wurde im Dachboden eines alten Hauses eingesperrt. Es gibt nur drei Auswege und einer ist gefährlicher als der andere. Hinter der ersten Tür sind das Dach und der Boden aus Vergrößerungsglas gemacht. Und die Sonne wird jeden verbrennen, der sich dort hineinwagt. Hinter der zweiten Tür befindet sich ein Raum mit Giftgas. Und hinter der dritten Tür versteckt sich ein hungriger Löwe. Wie kann Atlas entkommen? Er sollte einfach warten, bis Nacht ist. Die Sonne geht unter und Atlas kann ohne Probleme durch den ersten Raum spazieren. Nun sieh dir mal Iris und ihre Freunde an. Max, Ginny, Josh und Ren. Wer ist wohl ihr Liebespartner? Es muss Josh sein. Schau mal, sie haben dieselben Tattoos. In einer dunklen Regennacht fuhr Dylan an einer Bushaltestelle vorbei. Dort standen drei Menschen. Eine ältere Dame, der es nicht so gut ging. Ein Doktor, der schon vielen Menschen das Leben gerettet hat. Und Selina, ein Mädchen, auf das Dylan schon seit Jahren steht. Unglücklicherweise gab es nur noch einen Platz im Auto. Was sollte Dylan tun? Er sollte das Auto dem Doktor überlassen, der dann die ältere Dame zum Krankenhaus fahren kann. Und Dylan kann dann an der Bushaltestelle mit der Frau seines Lebens warten. Charlie, Andy, Taylor und Alex sind alle miteinander verwandt. Doch eine Person hat nicht dasselbe Geschlecht wie die übrigen drei. Du weißt nur Folgendes. Alex ist weder Charlies Bruder noch Charlies einzige Tochter. Alexs Schwester ist weder Andy noch Taylor. Und Taylors einziger Sohn ist weder Charlie noch Andy. Kriegst du heraus, wer hier nicht dasselbe Geschlecht wie die anderen drei hat? Wenn Alex Charlies einzige Tochter ist, dann kann Alex keine Schwester haben. Das heißt, Alex ist Charlies Bruder. Wenn Alexs Schwester Andy ist, ist Andy ein Mädchen. Aussage 3 spreche also dafür, dass Charlie Taylors einziger Sohn ist. Doch Alex ist Charlies Bruder, also gibt es hier einen Widerspruch. Demzufolge ist Taylor Alexs Schwester. Taylor ist also ein Mädchen. Charlie, Alex und Taylor sind Geschwister und Andy ist Taylors Sohn. Keenan schaute fern, als ein Detektiv mit Durchsuchungsbefehl an die Tür trat. Der Detektiv sagte, dass die Stadtbank ausgeraubt wurde. Keenan sei der Hauptverdächtige. Der Mann antwortete, dass er an diesem Tag gar nicht das Haus verlassen habe. Er hätte gar nichts ausrauben können. Die Polizei fand zwar nicht das Geld, verhaftete den Mann aber trotzdem. Warum? Keenan meinte, dass er seine Wohnung gar nicht verlassen habe. Aber schau dir mal seinen Kalender und den Kassenbon an. Die Daten stimmen überein. Das heißt, Keenan war an diesem Tag zumindest mal einkaufen und hat die Polizei belogen. Kommissar James Anderson hielt einen Mann an, der gerade ein Bekleidungsgeschäft verließ. Die Verkäuferin behauptet, du hättest teure Handschuhe gestohlen. Das sind meine Handschuhe. Ich habe sie schon seit Ewigkeiten. Aber der Kommissar wusste sofort, dass der Mann log. Wie? Der Mann kann dieses Paar Handschuhe gar nicht tragen. Sie sind beide für dieselbe Hand. Ein Telefonanruf weckte Kommissar Anderson früh am Morgen. In mein Haus wurde eingebrochen, rief Herr Harrison. Als James am Haus des Mannes ankam, hörte er die Geschichte. Während ich auf Geschäftsreise war, hat mein Nachbar Adam auf mein Haus aufgepasst. Adam mischte sich gleich ein. Ich habe gestern Geräusche aus dem Haus von Herrn Harrison gehört. Ich ging zum Fenster, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Es war sehr kalt und das Fenster war komplett zugefroren. Ich hauchte das Glas an, um es ein wenig aufzutauen. Und dann sah ich, dass im Haus etwas nicht stimmte. Ich habe sofort Herrn Harrison angerufen. Und jetzt, sagte Kommissar Anderson, Sag uns, wo die Sachen sind, die du von deinem Nachbarn gestohlen hast. Woher wusste James, dass Adam schuldig war? Fenster frieren von innen zu, nicht von außen. Die Frau eines reichen Mannes verschwand aus dem Hotel, in dem sie wohnte. Kommissar Anderson musste ihren Ehemann informieren und befragen. Er fand den Mann auf seiner eigenen Insel. Ich war die letzten zwei Monate hier. Ich habe meine Familie und mein Personal gebeten, nicht zu kommen, um mich nicht abzulenken. Ich schreibe nämlich ein Buch. Und in den letzten Wochen habe ich von frühmorgens bis spätabends gearbeitet. Ich habe nicht einmal diese Hütte verlassen. Anderson wusste sofort, dass der Mann log. Aber wie? Auf dem Schreibtisch des Mannes liegen nur ein dickes Notizbuch und ein Stift. Wenn er so viel geschrieben hätte, wie er behauptet, wäre die Tinte des Stifts schon längst alle gewesen. Herr Dillen verkaufte wunderschöne, seltene Vasen. Es standen Dutzende davon in den Regalen seines Ladens. Eines Tages rief der Mann die Polizei. Als dieser eintraf, hatte der Besitzer seinen Kopf verbunden. Sein Laden war ein einziges Durcheinander. Diese Tüten rannten in meinen Laden und schnappten sich das Geld und die teuersten Vasen. Dann schlugen sie mir auf den Kopf und ich wurde ohnmächtig. Kommissar Anderson verstand sofort, dass Herr Dillen log, um das Versicherungsgeld zu bekommen. Wie hat er das herausgefunden? Auch wenn die meisten Vasen auf dem Boden liegen, sind sie nicht zerbrochen. Aber wenn die Vasen während des Raubes aus den Regalen gefallen wären, dann wären sie mit Sicherheit kaputt. Janet rief die Polizei. Als die Polizeibeamten an der Unfallstelle eintrafen, zeigte Janet ihnen das Auto, das sie, wie sie dachte, fast angefahren hätte. In diesem Moment traf der Fahrer ein. Er stritt ab, es getan zu haben. Kommissar Anderson bat Janet, sich zu beruhigen. Es war wirklich nicht das Auto, nach dem sie suchen mussten. Woher wusste er das? Es hat geregnet, als Janet die Straße überquerte. Aber da ist eine trockene Stelle unter dem Auto des Mannes. Das bedeutet, dass es dort schon lange stand und Janet nicht beinahe angefahren haben konnte. Schau dir die beiden Bloggerinnen an. Wie du siehst, scheinen beide sehr beliebt zu sein. Sie haben auch die gleiche Anzahl an Likes. Aber mit einer von beiden stimmt etwas nicht. Sie verheimlicht etwas. Was? Das Mädchen auf der rechten Seite versucht wahrscheinlich Geld zu sparen. Das Logo auf ihrer Tasche sieht aus wie ein Chanel-Logo, aber darunter steht Gucci. Kommissar Anderson saß in einem Zug. Er hatte sehr nette Mitreisende. Sie unterhielten sich und lachten, als der Zug in einen Tunnel einfuhr. Alles wurde für einige Minuten in Dunkelheit getaucht. Als der Zug den Tunnel verließ, rief die Passagierin Ella, Meine Diamantbrosche, sie ist weg! Alle begannen nervös zu tuscheln und schauten sich gegenseitig an. In diesem Moment sagte Anderson ruhig, Ich weiß, wer die Brosche genommen hat. Ich habe es gesehen. Wie konnte er das sehen? Einer der Reisenden hatte eine Uhr mit leuchtenden Zeigern. Und als dieser Kerl seine Hand bewegte, um die Brosche zu nehmen, sah das James. Es war ein heißer Tag, als Larry mit seinen Freunden eine Wette abschloss. Der Typ erzählte ihnen, dass Wasser, das von verschiedenen Firmen produziert wird, auch unterschiedlich schmeckt. Zu dieser Zeit schilden sie im Garten bei einem von Larrys Freunden und tranken Wasser und Limonade. Du kannst mir die Augen verbinden. Ich nehme einen Schluck aus zwei Wasserflaschen. Aus einer, die hier auf dem Tisch steht und aus einer, die du aus der Küche holst. Mir ist aufgefallen, dass es ein anderer Hersteller ist. Ich wette, ich werde den Unterschied schmecken. Dann tat er genau das. Seine Freunde waren bereit, Larry das gewonnene Geld zu geben. Aber Kommissar Anderson, ja, der war auch da, schaltete sich ein. Du hast geschummelt, sagte er. Wie kam er darauf? Es war ein extrem heißer Tag. Kein Wunder, dass das Wasser, das mehrere Stunden draußen stand, viel wärmer war als das Wasser, das aus der Küche kam. Rachel rief früh am Morgen die Polizei. Als dieser eintraf, erzählte sie den Beamten ihre Geschichte. Kommissar Anderson verhaftete die Frau wegen Falschaussage. Wenn es einen Stromausfall gegeben hätte, hätte die Türklingel gar nicht funktioniert. Kommissar Anderson war am Fluss unterwegs, als er jemanden schreien hörte. Es war eine junge Frau. Sie war am Ertrinken. James ließ sofort seine Schuhe und seinen Rucksack auf den Boden fallen und sprang ins Wasser. Zum Glück kam er noch rechtzeitig. Als James dabei war, die Frau aus dem Fluss zu ziehen, sah er einen Passanten neben seinen Sachen stehen. Ich kann leider nicht schwimmen, aber ich habe auf deine Sachen aufgepasst, sagte der Mann. Warum hast du dann in meinem Rucksack gewühlt? fragte James. Woher wusste er, dass jemand seinen Rucksack geöffnet hatte? Als er die Tasche auf den Boden fallen ließ, war der Reißverschluss auf der linken Seite. Aber jetzt ist er auf der rechten. Kommissar Anderson fand heraus, dass ein Schmuggler das Land über den größten Flughafen der Stadt verlassen wollte. Er kam dort an und nahm drei Verdächtige fest. Schau sie dir an und finde heraus, wer der Schmuggler ist. Es ist der dritte Passagier. Sein Koffer ist voll mit wahllosem Zeug. Frauenschuhe, ein paar Teppiche, alte dreckige Jeans, eine Perücke. Außerdem sieht der Koffer in geschlossenem Zustand viel größer aus als in geöffnetem. Kommissar Andersons Freund Joseph hat sich beim Frisbee-Spielen am Knie verletzt. Der Arzt verschrieb ihm Bettruhe. Er durfte auf keinen Fall aus seinem Bett aufstehen. Anderson war dabei und er versprach dem Arzt, sich um seinen Freund zu kümmern. Doch irgendwann musste er für einige Stunden weg. Er bat seine Schwester Sarah, sich um Joseph zu kümmern. Als James zurückkam, erzählte Sarah ihm, dass Joseph die Anweisungen befolgt hatte und den ganzen Tag geschlafen habe. Doch als Anderson das Zimmer seines Freundes betrat, erkannte er sofort, dass sein Freund aufgestanden war. Woher wusste er das? Joseph brachte seine Lampe vom Schreibtisch zu seinem Nachttisch und steckte sie ein. Kommissar Andersons Schwester Sarah war mit Michael verheiratet, einem professionellen Radfahrer. Eines Samstagmorgens kam James sie besuchen und bemerkte, dass alle extrem nervös waren. Es stellte sich heraus, dass Michael ein herausforderndes Fahrradturnier veranstalten wollte. Ich verspreche dir, dass ich dir den Blumenstrauß bringe, den sie den Gewinner geben, sagte Michael zu Sarah. Vier Stunden später kam er tatsächlich mit wunderschönen Blumen zurück. Aber James merkte sofort, dass Michael das Turnier nicht gewonnen hatte. Wie das? Die Blumen sind aus Sarahs Garten. Kommissar Anderson war auf einer gefährlichen Bergstraße unterwegs. Plötzlich trat er auf die Bremse. Er sah einen Mann, der am Straßenrand saß und weinte. Wie sich herausstellte, hatte der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren. Es kam von der Straße ab und der Mann wurde aus dem Fenster geschleudert. Sein sehr teures Fahrzeug war nicht mehr zu reparieren. Könntest du mein Zeuge sein, wenn ich die Unterlagen für meine Versicherung vorbereite? James stimmte zu, bat den Mann aber, ihm zu zeigen, was sich im Auto befand. Der Mann holte den Schlüssel aus seiner Tasche und schloss das beschädigte Fahrzeug auf. Ich werde mich nicht an diesem Betrug beteiligen, sagte Kommissar Anderson. Warum glaubte er, dass der Mann die Versicherung betrügen wollte? Wenn der Mann aus dem Auto geworfen worden wäre, würde der Schlüssel noch im Zündschloss stecken. Kommissar Andersons Freundin Hannah rief ihn an und bat ihn, sie zu besuchen. Sie sagte, dass es mit ihrem Mann Martin zu tun hätte. Er erzählte mir, dass er auf eine Geschäftsreise in die Berge gehen müsse. Er wollte nicht wirklich dorthin fahren, weil er kaltes Wetter hasst. Aber er musste, also packte er warme Kleidung ein und fuhr los. Als Martin dort ankam, schickte er mir ein Foto aus seinem Hotelzimmer. Ich habe das Gefühl, dass mit diesem Bild etwas nicht stimmt, aber was genau? Anderson brauchte nicht mehr als einen Blick auf das Foto zu werfen. Und er erkannte, dass Martin seine Frau tatsächlich angelogen hatte. Wie hat er das herausgefunden? Draußen vor dem Fenster stehen Palmen. Diese Bäume wachsen nicht in kalten Klimazonen. Endlich Urlaub! Du kaufst dein Ticket zu einer unvergesslichen Insel vor der Unterhaltung. Der Hubschrauber bringt dich dorthin. Aber leider wirst du nicht viel entspannen können, denn du musst neben dem Spaß auch noch Rätsel lösen. Und am Ende des Videos zählst du deine Punkte zusammen. Du wirst den ganzen Tag über Spaß haben. Anspruchsvolle Rätsel erfordern Konzentration und Aufmerksamkeit. Aber du willst sie dieses Mal auf entspannte Weise lösen. Viel Spaß dabei! Als erstes gehst du auf eine Strandparty. Sonne, Meer, heißer weißer Sand. Du bestellst dir eine Limo und gehst tanzen. Plötzlich hört die Musik auf. Du fragst die DJs, was passiert ist. Jemand hat das Kabel aus den Lautsprechern gezogen, sagt sie. Du gehst hinter die Bühne und siehst fünf Kabel, die alle unterschiedliche Farben haben. Zwei davon müssen in die Lautsprecher gesteckt werden. Welche sind es? Beeil dich, rette die Party! Rot und grün. In der Ecke jedes Lautsprechers befinden sich Markierungen mit entsprechenden Farben. Die Party geht weiter. Du bist müde und hast Hunger. Also gehst du in ein Restaurant. Dort gibt es ein riesiges Buffet mit warmen Gerichten. Du nimmst zwei Sandwiches und setzt dich an den Tisch. Nach einem leckeren Essen entscheidest du dich für frisches Obst als Dessert. Du kommst an den Tisch mit Bananen, Äpfeln, Ananas und Kiwis. Einige dieser Früchte sind nicht frisch. Welche wollen ihn? Und wie kommt das? Alle Obstschalen sind fast leer. Aber es gibt noch viele Kiwis. Die Leute nehmen sie nicht, da sie nicht wirklich frisch sind. Nach dem Mittagessen gehst du an den Strand. Der Sand ist so heiß, dass man darauf Eier braten könnte. Also ziehst du deine Schuhe an. Du siehst eine Gruppe von Leuten, die Volleyball spielen. Du willst dich ihnen anschließen, kommst näher, aber das Spielfeld ist leer. Hast du eine Fata Morgana oder haben die Leute so schnell den Platz verlassen, dass du es nicht bemerkt hast? Was denkst du? Es war eine Fata Morgana. Es gibt keine Fußabdrücke im Sand. Die Sonne ist heiß und du beschließt, in den Dschungel zu gehen, um dich im Schatten zu verstecken. Du gehst auf eine große Lichtung hinaus und siehst mehrere Menschen im Lotus-Sitz. Es ist eine Meditationssitzung. Die Leute entspannen sich mit geschlossenen Augen und sehen nicht, dass du gekommen bist. Du setzt dich vorsichtig neben sie und merkst, dass mit allen von ihnen etwas nicht stimmt. Was genau ist das? Sie sitzen nicht nur, sie schweben ein paar Zentimeter über dem Boden. Wer sind sie? Du bekommst Angst und rennst davon. Du rennst durch den Dschungel und siehst drei Wege. Einer ist mit Glasscherben übersät. Auf dem zweiten Weg sind Pflanzen mit Dornen und auf dem dritten siehst du heiße Kohlen. Welchen Weg willst du wählen? Im Grunde kannst du jeden Weg wählen. Du hast am Strand deine Schuhe angezogen. Schon vergessen? Inmitten der Insel findest du ein großes altes Haus. Das Dach ist zerstört und die Fenster sind zerbrochen. Aber es kommt Musik aus dem Gebäude. Du schaust hinein und siehst eine Gruppe von Menschen in Regenmänteln, die zu Technomusik tanzen. Du gesellst dich zu der Party und bemerkst, dass jede Person lange Reißzähne hat, die aus ihrem Mund herausschauen. Die Tänzer drehen sich zu dir und schauen sehr unfreundlich. Im ersten Moment bekommst du Angst, aber dann merkst du, dass sie nur so tun, als wären sie Vampire. Reißzähne und Umhänge sind Teil der Maskerade. Woher weißt du, dass sie keine echten Vampire sind? Das Dach des Gebäudes ist zerstört, sodass Sonnenlicht ins Innere gelangt. Vampire würden sich da verfüchten. Du tanzt weiter und in diesem Moment bekommst du einen Schreck. Die Tänzer sind keine Vampire, aber sie sind auch keine Menschen. Wie kommst du auf diese Idee? Es gibt einen Spiegel an der Wand und nur deine Reflexion ist zu sehen. Du rennst aus dem Gebäude und durch den Dschungel. Weiße Tauben fliegen an dir vorbei und in der Ferne hörst du Menschenstimmen. Du barst dir einen Weg durch die Büsche und befindest dich plötzlich bei einer Hochzeit. Menschen sitzen auf den Stühlen. Eine Braut, ein Bräutigam, sein Freund und zwei Bräutjungfern stehen vorne. Alles scheint in Ordnung zu sein, aber dann merkst du, dass eine dieser Personen ein Alien ist. Wer? Die Braut, sie hat drei Hände. Das erschreckt dich nicht allzu sehr. Nach der Zeremonie beginnt die Party. Du sprichst mit den Gästen, brust dir Getränke und Snacks. Ein alter Mann tritt auf die Bühne, um eine Rede zu halten. Er sagt, dass er ein Geschenk für das frische Ehepaar hat. Ein Elixier, das eine Person um fünf Jahre jünger macht und das Leben verlängert. Das gleiche Elixier befindet sich in allen Getränken und jeder kann es trinken. Alle Gäste eilen zum Tisch und greifen nach den Gläsern. Jemand trinkt zwei Gläser auf einmal, ein anderer fünf bis sechs Gläser hintereinander. Und wieder jemand trinkt nur eines auf Ex. Und unter all den Leuten gibt es eine alte Dame. Sie trinkt langsam ihren Cocktail und wird ein wenig jünger. Warum hat das Elixier auf sie gewirkt, aber nicht auf die anderen Gäste? Das Elixier war in den Eiswürfeln. Die alte Dame trank so langsam, dass das Eis im Glas Zeit hatte zu schmelzen. Du verlässt die Party und erkundest weiter die Insel. Du siehst einen Tunnel mit einem Warnschild vor dir. Vorsicht, Gespenster im Inneren. Ein Junge und ein Mädchen kommen auf dich zu. Sie bieten dir an, durch den Tunnel zu laufen, um zu sehen, ob es dort wirklich Geister gibt. Damit es nicht so gruselig wird, lauft ihr alle zusammen Hand in Hand. Das Mädchen ist in der Mitte. Im Tunnel ist es kalt und glitschig. Du kannst nichts hören. Ihr nähert euch dem Ausgang und seid endlich draußen. Es war ein bisschen unheimlich, sagst du. Gut, dass ich in der Mitte war, sagt das Mädchen. Ich auch. Ich hatte keine Angst, sagt der Junge. An diesem Punkt merkst du, dass es einen Gespenst im Tunnel gab. Wie hast du das herausgefunden? Drei Personen liefen durch den Tunnel und nur einer konnte in der Mitte sein. Das Mädchen. Bessen Hand hat der Junge gehalten? Du bekommst Angst und verlässt diesen Ort. Es ist Abend. Du gehst zurück zum Hotel und siehst, dass es in Flammen steht. Auf deinem Stockwerk brennt es. Du rennst hinein. Das Feuer ist überall. Du hast zwei wertvolle Dinge, die du mitnehmen willst. Ein kleiner Tresor mit Dokumenten und Geld und einen Laptop mit deiner Arbeit. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Nimm den Computer. Die meisten Tresore können hohen Temperaturen standhalten, aber ein Laptop eher nicht. Du kannst den Tresor nach dem Feuer wiederfinden. Du hast ein anderes Zimmer im zehnten Stock. Es ist geräumig mit Meeresblick. Du willst gerade ins Bett gehen, als jemand an der Tür klopft. Es ist die Verwalterin. Sie sagt, dass eine Schlange in deinem Zimmer ist und du sie finden musst. Sieh dich um und finde das Tier. Siehst du die Perlenvorhänge hinter dem zweiten Zimmer? Zwischen den Perlen kannst du den Umriss einer Schlange erkennen. Du lässt die Schlange in den Dschungel frei, kehrst in ein Hotel zurück und bemerkst Fußabdrücke auf dem Parkettbogen. Jemand war hier und wollte etwas stehlen. Du rufst die Verwalterin an und erzählst ihr, was passiert ist. Sie hat bereits drei Verdächtige gefunden und du musst raten, welche von ihnen in das Zimmer eingebrochen ist. Zwei Jungs tragen Schuhe und ein Mädchen ist barfuß. Für wen wirst du dich entscheiden? Die Fußabdrücke können nicht den Mädchen gehören. Der Kerl, der neben ihr steht, hat klatschnasse Kleidung an. Auch seine Füße sind nass, aber er hat seine Sandalen angezogen, um sie zu verstecken. Die Fußabdrücke im Raum waren nass. Die Kleidung des zweiten Jungen ist trocken und auch die Kleidung des Mädchens ist trocken. Es muss also der Junge mit der nassen Kleidung gewesen sein, der in das Zimmer gekommen ist. Du kannst in deinem neuen Zimmer nicht einschlafen. Es ist bereits drei Uhr und du beschließt, einen Spaziergang am Strand zu machen. Plötzlich hörst du ein Geräusch. Ein hübsches Mädchen steht vor einem Fenster. Sie lächelt und schaut dich an. Zuerst lächelst du zurück, aber dann nimmst du deine Sachen und rennst schnell aus dem Zimmer. Du rufst die Verwaltung an und sagst, dass du nicht länger in diesem Hotel bleiben wirst. Warum hast du das getan? Dein Zimmer ist im zehnten Stock. Das Mädchen stand vor deinem Fenster und du hast dich erschrocken. Du kannst bis zum Morgen nicht schlafen und beschließt, diese Insel zu verlassen. Du setzt dich auf den Sand und wartest. Ein Hubschrauber kommt an und lässt eine Strickleiter herunter. Du willst sie hinaufklettern, aber in diesem Moment fliegt ein weiterer Hubschrauber herbei. Auch er hat die gleiche Strickleiter. Du musst dich für den richtigen Hubschrauber entscheiden. Sieh dir den Piloten des ersten Hubschraubers genauer an. Es ist ein Alien. Du steigst in den zweiten Helikopter und fliegst weg. Der erste hat sich als Raumschiff entpuppt. Dein Urlaub ist zu Ende. Es ist also an der Zeit, zu sehen, was du erreicht hast. 0-4 Punkte Versuche, mehr Logik-Rätsel zu lösen und du wirst dich verbessern. Oder vielleicht hast du einfach beschlossen, dich nicht zu sehr anzuschränken und dich in diesem Urlaub zu entspannen. 5-8 Punkte Nicht schlecht. Die Party- und Feierstimmung haben deine Aufmerksamkeit und dein Einfallsreichtum nicht getrübt. Aber das kannst du noch besser. 9-12 Punkte Du konntest dich entspannen, weil du nicht nur Spaß hattest, sondern auch dein Gehirn trainiert hast. 13-15 Punkte Du kannst Logik-Rätsel schnell lösen und findest aus jeder problematischen Situation einen Ausweg. Aber vergiss nicht, dich auszuruhen und deinen Geist zu entspannen. Lukas und Hannes gehen spazieren. Wer von ihnen ist nicht gerade clever? Es ist Hannes. Er starrt auf sein Handy und kann leicht diese Klippe übersehen und herunterfallen. Lukas ist zwar blind, aber er hat seinen Stock. Mit dessen Hilfe bemerkt er den Rand der Klippe, sobald er ihn erreicht. Ihm kann nichts passieren. Özlem verbringt ihren Urlaub mit Klettern in den Bergen. Karin besteigt den Everest. Siehst du, welche von beiden nicht sehr clever ist? Es ist Özlem. Sieh genau hin. Sie hat ihr Sicherungssaal vergessen und klettert ohne eines. Nicht gut. Gabriel und Arthur sind Blogger, die Selfies an gefährlichen Orten schießen. Diesmal macht Gabriel ein Selfie, während er eine große Welle surft. Und Arthur hat sich für sein Foto über den Rand einer Brücke über den See entschieden. Wer ist hier etwas unvorsichtig? Es ist Gabriel. Riskieren tun sie beide etwas. Aber zumindest hat Arthur Leute um sich herum, die ihm im Notfall helfen können. Gabriel ist alleine mehr. Es ist sehr früh am Morgen nach einer Party. Egon und Bruno fahren ihre Kinder zur Uni. Siehst du, wer nicht sehr clever ist? Egon. Sein Sohn ist gar nicht erst im Auto. Diana und Emma sind im Urlaub. Beide haben beschlossen, etwas Neues zu lernen. Diana fährt Ski im Wald und Emma übt Eislaufen auf dem See. Wer ist in Gefahr? Es ist Emma. Sie genau hin, die Eisdecke des Sees bricht. Und es ist niemand in der Nähe, der ihr helfen kann. Sie sollte da so schnell wie möglich verschwinden. Annegret und Elisa bereiten sich auf den Grillparty vor, die sie schmeißen. Annegret macht draußen Salat und Elisa dekoriert das Haus und den Garten. Wer ist nicht sehr clever? Es ist Annegret. Während sie mit dem Salat beschäftigt ist, wird das Fleisch in der Sonne schlecht. Die vierfache Mutter Karis kommt nach Hause zurück und sieht, dass all ihre Teenager still mit sich selbst beschäftigt sind. Amanda, die Älteste, spielt Uno. Gabriele liest. Hanna malt. Was macht Anna-Lisa? Anna-Lisa spielt Uno mit Amanda. Wirf einen Blick auf diese Typen und sag, wer von ihnen etwas Dummes tut. Alle drei Typen links. Die werden letztlich abstürzen. Der einzige, der auf dem Baum bleibt, ist der ganz rechts. Kommissar Grünschnabe verbringt seinen Urlaub auf Hawaii. Er trinkt gerade seinen abendlichen Kaffee auf der Terrasse, als er Lärm und einen Schrei hört. Die Balkontür nebenan steht offen. Also geht er ins Zimmer und fragt, was passiert ist. Dort wohnt die junge Schauspielerin Chanel. Sie sagt, dass ein schwarz gekleideter Mann mit einer Maske in ihr Zimmer eingebrochen ist und versucht hat, sie zu entführen. Sie hat geschrien und der Verbrecher ist auf den Flur verschwunden. Die Schauspielerin bittet den Kommissar, den Mann sofort zu finden. Doch der antwortet nur, Chanel könne versuchen, jemand anderes reinzulegen. Dann widmet er sich wieder einem Kaffee. Wieso glaubt er der jungen Frau nicht? Sieh dir die Tür des Zimmers der Schauspielerin an. Sie wird von mehreren Kisten versperrt. Wäre der Mann tatsächlich herausgerannt, hätte er all das Zeug umstoßen müssen, um vorbeizukommen. Sonst hätte er die Tür nicht öffnen können. Die junge Frau hat das ganze Drama erfunden, um etwas Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Adam kommt zum Sportunterricht und erklärt dem Lehrer, dass er heute leider nicht mitmachen könnte. Er hat sich gestern den Arm gebrochen. Doch Adam hat einen schlechten Ruf. Also glaubt der Lehrer ihm nicht und sagt ihm, er solle mit dem Quatsch aufhören. Glaubst du, Adam? Sieh genau hin. Sein Arm ist eingegipst. Aber über seiner Jacke. Der Gips muss falsch sein. Frau Müller sagt aus, dass jemand in der Nachbarschaft auf sie zugerannt ist und ihre Tasche gestohlen hat. Die Polizei befragt alle Nachbarn. Brian antwortet, er wäre weg gewesen. Ich bin vor weniger als einer Minute nach Hause gekommen. Adriene gibt an, dass sie den ganzen Tag zu Hause war und nicht nach draußen gegangen ist. Elias sagt, dass er mit seinem Hund Gassi gewesen ist und weder irgendetwas gestohlen noch etwas Auffälliges beobachtet hat. Die Beamten nehmen sofort eine der drei Personen fest. Wen? Sie verhaften Brian. Er hat angegeben, gerade erst nach Hause gekommen zu sein. Doch das Wasser im Topf auf dem Herd kocht. Er muss bereits eine Weile zu Hause sein. Aaron arbeitet in einem Uhrengeschäft. Eines Tages ruft er die Polizei. Als die Beamten eintreffen, erklärt Aaron ihnen, dass er gearbeitet hat, als plötzlich der Strom ausfiel. Er hat erst versucht, das Problem allein zu beheben. Dann hat er die Polizei gerufen. Die Beamten finden schnell heraus, was passiert ist und das Licht ist wieder an. Aaron überprüft sofort die Kasse. Anscheinend ist während des Stromausfalls jemand eingebrochen und hat all das Geld gestohlen. Doch die Polizei glaubt ihm nicht und verhaftet den Mann. Wieso? Im Laden gibt es mechanische und elektrische Uhren. Der Unterschied zwischen den angezeigten Zeiten beträgt jedoch nur 10 Minuten. Mechanische Uhren bleiben bei einem Stromausfall nicht stehen. Das heißt, das Licht war nur etwa 10 Minuten aus. Aaron muss den Strom selbst ausgeschaltet und dann die Polizei gerufen haben. Nils ist Schriftsteller. Er wird immer von Jugendlichen gestört, die sich vor seinem Haus versammeln, sodass er sich nicht konzentrieren kann. Eines Tages ruft er die Polizei. Als die Beamten ankommen, erklärt er, jemand habe einen Stein gegen sein Bürofenster geworfen. Er fordert die Polizei auf, den Jugendlichen offiziell zu verbieten, sich seinem Haus zu nähern. Doch der Beamte glaubt ihm nicht. Wieso? Sieh genau hin. Das Fenster ist an der Unterseite zerbrochen. Doch dieser Teil des Fensters ist durch den Balkon geschützt. Nils muss selbst das Fenster eingeschlagen haben, um die Jugendlichen beschuldigen zu können. Eine Familie ist im Urlaub. Und niemand von ihnen weiß, welcher Tag ist. Der Vater sagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es entweder Montag oder Dienstag ist. Die Mutter fügt hinzu, ich weiß nur, dass gestern nicht Mittwoch war. Jan sagt, es muss Mittwoch sein oder Wochenende. Sabine zweifelt daran. Vielleicht ist es Freitag. Ronja antwortet, Freitag ist morgen. Kannst du herausfinden, welcher Tag ist, wenn nur einer dieser Aussagen wahr ist? Laut dem Vater ist es Montag oder Dienstag. Laut der Mutter kann es jeder Tag außer Donnerstag sein. Es kann also Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag oder Sonntag sein. Jan ist sich sicher, es ist Mittwoch, Samstag oder Sonntag. Sabine behauptet, es sei Freitag. Und laut Ronja ist Donnerstag. Der einzige Tag, der nur einmal erwähnt wird, ist Donnerstag. Das heißt, Ronja hat recht. Pia und Klara sind Schwestern. Sie sitzen zusammen in ihrem Zimmer. Klara ist in einen Jungen aus ihrer Schule verknallt. Sie beschließt, ihm einen Brief zu schreiben. Pia hält das für eine schlechte Idee, aber Klara will nicht auf sie hören. Als sie fast fertig ist, geht Klara nach unten, um sich einen Tee zu machen. Als sie zurückkommt, ist der Brief weg. Pia sagt, dass es plötzlich einen Windstoß gegeben hätte und der Brief aus dem Fenster geflogen sei. Aber Klara glaubt ihr nicht und bittet Pia, ihr den Brief zurückzugeben. Wie hat sie herausgefunden, dass ihre Schwester den Brief genommen hat? Wenn ein Windstoß von draußen in ein Zimmer weht, kann unmöglich irgendetwas aus dem Fenster fliegen. Klaas hatte einen Unfall und leidet unter Amnesie. Kira und Isabel behaupten beide, seine Freundin zu sein. Sie bringen ihn zu dem Ort, an dem sie ihr erstes Date hatten. Jedes der Mädchen hofft, dass Klaas begreift, dass sie seine wahre Freundin ist. Weißt du, mit wem er wirklich zusammen ist? Sieh dir die Initialien an, die in dem Baum geschnitten wurden. C plus I. Scheint, als wäre Isabel die Freundin von Klaas. In einem Hotel hat jemand einen reichen Herrn ausgeraubt. Der einzige Zeuge ist Josef. Ein Putzmann, der im Hotel arbeitet. Er hat zum Zeitpunkt des Überfalls ein Zimmer in der Nähe aufgeräumt. Der Polizeibeamte fragt ihn, ob er etwas gesehen hat. Josef antwortet. Als ich den Lärm gehört habe, wollte ich ins Zimmer kommen. Aber dann ging die Tür auf und traf mich ab Kopf. Ich konnte eine Weile nichts sehen. Josef zeigt dem Polizisten sogar einen blauen Fleck auf seiner Stirn. Der Beamte glaubt Josef jedoch nicht und verhaftet ihn, weil er dem Räuber geholfen hat. Wieso? Die Tür hätte Josef unmöglich treffen können. Sie geht nach innen auf. Also lügt er. Karin liegt nach einem Unfall im Krankenhaus. Nur Verwandte dürfen sie besuchen. Aber es kommen drei Kerle, die die junge Frau unbedingt sehen wollen. Ihr Freund, ein Klassenkamerad, der in sie verliebt ist und ihr Bruder. Jeder von ihnen sagt, dass er ihr Bruder wäre. Sieh dir die Ausweise der Jungs an und versuch herauszufinden, wer ihr Bruder ist. Philipp muss ihr Bruder sein. Der Altersunterschied zwischen Karin und Klaas ist nur vier Monate. Und zwischen Karin und Nero fünf. Das ist zu wenig, um dass sie Geschwister sein können. Martin kommt zur Polizei, um seinen Cousin Daniel anzuzeigen. Er habe Martin gefragt, ob er ein paar Tage bei ihm wohnen könnte. Abends hat Daniel ihn gebeten, etwas Obst aus dem Keller zu holen. Als Martin nach unten ging, habe Daniel ihn eingeschlossen. Im Keller gab es weder Strom noch Licht. Und Martin habe kein einziges elektronisches Gerät dabei gehabt, das ihm hätte helfen können. Zwei Tage später habe er seinen Cousin um vier Uhr morgens wegfahren hören. Erst später an diesem Tag sei es ihm gelungen, mit Hilfe eines Postboten herauszukommen. Martin habe herausgefunden, dass sein ganzes Geld gestohlen worden war. Doch die Polizeibeamten glaubten ihm nicht. Wieso? Martin hat angegeben, kein elektronisches Gerät dabei gehabt zu haben. Und es muss zu dunkel gewesen sein, um auf einer gewöhnlichen Uhr etwas zu erkennen. Wie konnte er dann wissen, wann genau sein Cousin weggefahren war? Hm. Eines Nachts stahl eine Bande Räuber Kartons mit Elektronik aus einem Warenhaus. Sie trugen sie gerade zu ihrem Transporter, als eine Sirene erklang. Obwohl die Polizei die Diebe sah, wurden sie nicht verhaftet. Warum? Sie trugen die Kisten zurück ins Lagerhaus, als würden sie eine späte Lieferung abladen. Du willst zwei Äpfel aus deinem Garten zu deiner Freundin bringen. Aber sie wohnen auf der anderen Seite des Flusses. Um zu ihr zu gelangen, musst du über eine Brücke. Sie trägt nur dein Gewicht plus das eines Apfels. Versuchst du sie mit zwei Äpfeln zu betreten, bricht sie zusammen und du landest im Wasser bei den Piranhas. Wie schaffst du es, deiner Freundin in nur einem Gang zwei Äpfel zu bringen? Du jonglierst die Äpfel, während du die Brücke überquerst. Wann sind 1893 und 2548 kleiner als 498? Wenn es Jahreszahlen vor Christus sind. Susann arbeitete in einem Modegeschäft für teure Designerbekleidung. Eines Tages bemerkte sie, dass jemand eine Hose gestohlen hatte. Sieh dir die Personen, die in dem Moment anwesend waren, genau an. Wer ist der Dieb? Es ist der Mann ganz rechts, achte auf seine Hosenbeine. Die gestohlene Hose lugt unter seiner Jeans hervor. Erik wurde von einem verrückten Professor entführt. Er sagte, ich lasse dich frei, wenn du von einer neun Meter langen Leiter springst, ohne dich zu verletzen. Erik dachte kurz nach und tat es. Wie schaffte er es, unverletzt zu bleiben? Er sprang von der untersten Stufe. Polizist Michael Braun verschwand während eines Einsatzes bei einem kniffligen Fall. Sein Freund Polizist Wolfgang fand heraus, dass einer der Kollegen hinter seinem Verschwinden steckte. Wolfgang fuhr zu Michaels Wohnung und erhielt von der Ehefrau einen Zettel. Michael wollte, dass ich ihn dir gebe, falls ihm etwas passiert. Auf dem Zettel standen vier Zahlen. Eins, drei, neun, acht. Wolfgang befragte die Kollegen. Ich habe meine Eltern besucht, sagte Edna. Jona sagte, ich habe Michael schon ein paar Tage nicht gesehen. Und Nora antwortete, ich bin nur ein Azubi. Herr Braun gab mir eine Aufgabe und die habe ich ausgeführt. Wolfgang sah auf den Zettel und überlegte. Schließlich wusste er, wer schuldig war. Es war Edna. Eins, drei, neun, acht. Die ersten Buchstaben dieser Zahlen ergeben ihren Namen. Als Ariane am Abend heimkam, sah sie, dass das Wohnzimmerfenster kaputt war. Sie wurde wütend. Ihr Mann hatte bestimmt wieder im Haus Fußballtricks geübt. Doch ihr Mann sagte, ich saß auf dem Sofa und habe mir das Spiel angesehen. Plötzlich flog ein Ball von draußen durch die Scheibe. Er zeigte seiner Frau besagten Fußball. Aber als Ariane zum Fenster ging, wusste sie sofort, dass ihr Mann gelogen hatte. Wie kam sie darauf? Sie sah, dass die Scherben draußen auf der Wiese lagen. Wenn aber jemand von draußen die Scheibe mit einem Ball zerstört hätte, würden die Scherben im Zimmer liegen. Drei Schildkröten wandern durch den Park. Eine von ihnen sagt, mir folgen zwei Schildkröten. Die zweite sagt, eine Schildkröte läuft vor mir und eine folgt mir. Die dritte Schildkröte sagt, vor mir laufen zwei Schildkröten und eine läuft mir hinterher. Wie ist das möglich? Stefan hatte in seinem Haus einen Lagerraum. Er versperrte ihn stets mit einem speziellen Vorhängeschloss. Man konnte es ohne Schlüssel schließen. Den Schlüssel, um es wieder aufzuschließen, hatte nur Stefan. Es gab kein weiteres Exemplar. Jeden Abend schloss er die Tür sorgfältig ab. Doch eines Tages fand man in seinem Lagerraum eine goldene Brosche. Sie wurde tags zuvor aus dem Museum gestohlen. Die Polizei verdächtigte Stefan, da ja sonst niemand einen Schlüssel hatte und er allein lebte. Stefan wusste mit Gewissheit, dass er unschuldig war. Doch wie ist dann die Brosche in seinen Lagerraum gelangt? Während Stefan im Lagerraum war, tauschte der wahre Dieb das Schloss aus. Zum Abschließen brauchte Stefan den Schlüssel nicht. Daher merkte er auch nicht, dass es ein anderes Schloss war. Später öffnete der Dieb das Schloss mit seinem Schlüssel und hinterließ die Brosche. Sieh dir diese beiden Polizisten auf der Wippe an. Welcher von ihnen ist cleverer? Der Linke. Er kann die Balance halten, indem er sich auf die Mitte der Wippe stellt. Der andere hingegen könnte leicht herunterfallen. Eines Tages entdeckte der Besitzer eines Tanzstudios David, einen seiner Lehrer, reglos in einem Tanzraum liegen. Jemand hatte ihm auf den Kopf geschlagen. Die Polizei befragte alle Mitarbeiter und Besucher und ermittelte drei Verdächtige. Clara, ein Stammgast, sagte, sie wäre seit Tagen nicht im Studio gewesen und hätte ihre freien Tage am Strand verbracht. Emil, ein anderer Tanzlehrer, sagte der Polizei, er hätte einem Freund ausgeholfen und darum das Studio verlassen, bevor David zur Arbeit gekommen war. Laura, Davids Freundin, sagte, sie hätten am Morgen gestritten und sie hätte ihn seither nicht mehr gesehen. Die Polizisten wussten sofort, wer hinter dem Überfall steckte. Es war Clara. Sie behauptete, mehrere Tage am Strand gewesen zu sein. Dafür ist ihre Haut aber verdammt blass. Klarer Fall. Ein Hotel hat vier Etagen. Je höher die Etage, desto mehr Gäste übernachten dort. In welcher Etage hält der Fahrstuhl am häufigsten? Im Erdgeschoss. Die Gäste aus allen Etagen wollen dorthin. Die Frau eines Milliardärs rief am Sonntagmorgen um 8 Uhr bei der Polizei an. Sie sagte, sie hätte gerade ihren bewusstlosen Mann gefunden. Neben ihm lag ein Baseballschläger am Boden. Die Polizei befragte alle Hausbewohner. Die Frau sagte, sie wäre unterwegs gewesen, um ein Geschenk zu ihrem 10. Hochzeitstag zu kaufen. Der Fahrer sagte, er hätte das Haus am Abend zuvor verlassen, um seine Eltern zu besuchen, da sie Hilfe brauchten. Der Koch sagte, er wäre seit 6 Uhr in der Küche gewesen, um das Frühstück vorzubereiten. Wer lügt? Die Ehefrau. An einem Sonntag sind keine Geschäfte geöffnet. Schon gar nicht so früh. Du hast neun Münzen. Eine von ihnen ist echt und wiegt weniger als die anderen. Du hast eine Waage und darfst genau zweimal wiegen. Wie findest du heraus, welche die Fälschung ist? Du solltest erstmal jeweils drei Münzen wiegen. Wenn einer der Stapel weniger wiegt, befindet sich die Münze in diesem Haufen. Haben sie dasselbe Gewicht, liegt sie im dritten Stapel. Beim zweiten Wiegen nimmst du zwei Münzen aus dem leichtesten Haufen. Die leichtere ist die Fälschung. Wenn sie gleich viel wiegen, ist die dritte die falsche Münze. Kevin wachte im Krankenhaus auf. Er erinnerte sich nur noch an seinen Namen. Ein Arzt kam herein, um nach ihm zu sehen. Er sagte, drei junge Frauen wollten ihn sehen. Die Damen kamen herein. Seltsamerweise behaupteten alle drei seine Schwester zu sein. Nur eine von ihnen sagt die Wahrheit. Welche? Die in der Mitte. Sie hat ein Muttermal an der Hand, genauso wie Kevin. Barbara versprach ihrem Freund Lars, für ihn einen Aufsatz zu schreiben, aber nur unter einer Bedingung. Ich helfe dir nur, wenn du 86 um 12 erhöhen kannst, ohne eine Zahl zu addieren. Kein Problem für Lars. Wie hat er das gemacht? Er schrieb 86 auf einen Zettel und drehte ihn um. Schon hatte er 98. Du bist daheim. Plötzlich kommen ein paar Freunde vorbei. Du hast Limo, Orangensaft und Wasser im Kühlschrank. Was öffnest du zuerst? Die Kühlschranktür. Fünf Katzen brauchen fünf Minuten, um fünf Mäuse zu fangen. Wie lange braucht eine Katze, um eine Maus zu fangen? Genauso lange. Fünf Minuten. Anna ging durch einen einsamen Park, als ihr jemand auf den Hinterkopf schlug. Als sie zu sich kam, war ihre Handtasche mitsamt Handy, Geld und Ausweis verschwunden. Außer einer alten Dame war niemand zu sehen. Anna lief zu ihr und erklärte ihr die Situation. Dann bat sie die Frau, die Polizei anzurufen. Die Frau beruhigte Anna und wählte 110. Nachdem sie einen Moment lang gesprochen hatte, sagte sie, Sie werden gleich hier sein. Als Anna das hörte, lief sie so schnell es ging davon. Warum? Warum? Anna hatte gesehen, dass das Handy der alten Dame gar keinen Empfang hatte. Wie konnte sie dann die Polizei erreichen? Auf der Tischkante steht ein Glas. In einer halben Stunde wird es herunterfallen. Warum? Was befindet sich in dem Glas? Im Glas befinden sich Eiswürfel. Ihr Gewicht hält das Glas im Balance. Wenn das Eis aber schmilzt und zu Wasser wird, fällt das Glas herunter. Dennis ist ein talentierter Architekt. Er hat einen einzigartigen Wolkenkratzer entworfen und gerade jetzt beginnen die Bauarbeiten. Dennis' Chef hat ihn gebeten, eine Gruppe von Spezialisten eines Wettbewerbs herumzuführen. Die einzige Bedingung war, dass sie keine Fotos machen dürfen. Dennis tat, was ihm gesagt wurde. Aber als die Gruppe gehen wollte, bat er den Sicherheitsdienst, einen Mann festzuhalten. Der Architekt behauptete, er hätte während der Führung über das Gelände Fotos gemacht. Wie konnte er das wissen? Der Mann trug einen Regenschirm. Er richtete ihn immer wieder auf verschiedene Objekte und stellte viele Fragen. Aber der Himmel ist wolkenlos. Wozu braucht er den Schirm? Das muss eine Kamera versteckt sein. Nico kam zu seinem Freund Timo, der in einem Museum arbeitete. Sieh mal, was ich hier habe. Ein unbezahlbares Manuskript, das vor mehr als 1000 Jahren geschrieben wurde. Timo sah das Manuskript durch und erkannte sofort, dass sein Freund reingelegt wurde. Kommt hier irgendetwas in diesem Text seltsam vor? Wenn wir über Daten vor unserer Zeitrechnung sprechen, sollten sie in umgekehrter Reihenfolge sein. Der Originaltext würde lauten, König Alfred V. regierte das Land von 1320 bis 1290 v. Chr. Kommissar Aaron Jones erhielt spät in der Nacht einen Anruf. Es war sein Nachbar. Ich habe aus dem Haus nebenan ein sehr lautes Geräusch gehört. Ich habe Angst, alleine hinzugehen und nachzusehen. Aber was ist, wenn denn was passiert ist? Als Aaron und sein Nachbar bei dem Haus ankamen, sahen sie, dass die Eingangstür offen stand. Sie rannten hinein und fanden den Hausbesitzer, Herr Tabas, auf dem Boden seines Schlafzimmers gefesselt und vor Schmerzen stöhnt. Er sagte, er sei im Bett gewesen und habe ein Buch gelesen. Und dann brach ein Mann mit einer schwarzen Maske in sein Zimmer ein und schlug ihm auf den Kopf. Dann fesselte er Herrn Tabas, nahm sein ganzes Geld und andere Wertgegenstände und verschwand. Kommissar Jones hat dem Mann nicht geglaubt. Aber warum? Schau dir sein Bett an. Da ist nicht einmal eine Falte auf den Bezug. Es ist unwahrscheinlich, dass der Dieb das Bett gemacht hat, nachdem er Herrn Tabas gefesselt hat. Was bedeutet, dass der Mann lügt. Schau dir diese Gruppe von Menschen an und versuche herauszufinden, wer die Ehefrau des Mannes ist. Es ist die Frau in lila. Sowohl sie als auch der Biker tragen passende Eheringe. Jana muss alle blauen Punkte auf dem Bildschirm verbinden. Aber sie darf nur drei Linien benutzen. Wie kann sie das schaffen? Sie hat ein Dreieck gezeichnet. Seine drei Seiten schließen alle Punkte ein. Das nächste Level ist ziemlich gruselig. Jana ist in dem Raum eingesperrt, der sich langsam mit Wasser füllt. Das Wasser wird erst stoppen, wenn das Mädchen herausfindet, wie diese Gleichung wahr sein kann. 29 minus 1 gleich 30. Selbst unter diesen stressigen Bedingungen hat es Jana geschafft, das Rätsel zu knacken. Sie ersetzte die Zahlen durch die römischen Ziffern. XXIX minus I ist gleich XXX. Dann entfernte sie eine 1, I von 29, XXIX und erhielt 30, XX. Wow, was für ein Rätsel. Und schließlich bekommt Jana den letzten Test. Sie muss bestimmen, welches Objekt hier nicht dazu passt und nicht zu der Gruppe gehört. Kannst du das auch? Es ist das erste Objekt. Es ist das einzige, das keine individuellen Eigenschaften hat. Das zweite Objekt ist einmalig rund. Das dritte hat keine rote Linie herum. Die vierte Form hat eine andere Farbe und die fünfte ist kleiner als der Rest. Zwei Autos fahren durch die Stadt. Sie haben beide zur gleichen Zeit ihre Fahrt begonnen. Das grüne Auto fährt mit einer Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde. Das gelbe Auto ist schneller. Seine Geschwindigkeit beträgt 80 km pro Stunde. Und trotzdem trifft das grüne Auto an einem Punkt auf das gelbe Auto. Wie ist das möglich? Die Autos fuhren in entgegengesetzte Richtung. Schau dir diesen Teenager und die zwei Frauen hinter seinem Rücken an. Wer ist deine wahre Lehrerin? Die Antwort liegt in der Reflexion hinter ihrem Rücken. Du kannst sehen, dass beide Frauen Zeigestöcke in der Hand halten. Aber im Spiegel hat ihn nur eine von ihnen. Sie ist die wahre Lehrerin. Zwei Männer füllen ihre Gießkannen mit dem Wasser aus dem Fluss. Wer wird mehr Wasser bringen? Der Ausguss der Gießkanne des älteren Mannes liegt tiefer als der Ausguss der des anderen Mannes. Und der Pegel des Wassers kann nicht höher sein als der Ausguss. Das bedeutet, dass der jüngere Mann mehr Wasser bringen wird. Eine Managerin des luxuriösesten Baderessorts in der Gegend rief die Polizei. Sie sagte, dass jemand ein Set sehr teurer monogrammierter Bettwäsche gestohlen hatte. Drei Gäste verließen an diesem Morgen das Hotel. Herr Sam Taylor, Frau Amanda Martin und Herr Michael Schmidt. Die Polizei nahm einen der Gäste fest und fand tatsächlich die Bettwäsche in den Koffer. Wie haben die Detektive herausgefunden, welche Person der Dieb war? Wie du siehst, ist der Name des Hotels Morningstar. Das bedeutet, dass als Monogramm auf der Bettwäsche MS geschrieben war. Die einzige Person mit den gleichen Initialien ist Herr Michael Schmidt. Hannah rief ihre Freundin, Kommissarin Evelyn Marks an und bat sie, so schnell wie möglich zu kommen. Während die Frau mit ihrem Hund spazieren war, war jemand in ihr Haus eingedrungen und hatte ihren Laptop gestohlen. Hannah war sich sicher, dass es ihr Nachbar war, Jeremy. Evelyn ging los, um den Mann zu befragen, aber er war nicht zu Hause. Sie beschloss, in ihrem Auto auf ihn zu warten. Bald sah sie, wie Jeremy seine Haustür öffnete. Ich bin frühmorgens zum Angeln gegangen. Siehst du denn nicht, dass ich gerade erst nach Hause gekommen bin? Aber Hannah glaubte Jeremy nicht und nahm ihn mit zur Polizeiwache. Aber warum? Der Mann trug weiße Turnschuhe, aber es hat seit dem frühen Morgen geregnet. Wenn er draußen beim Angeln war, wie können seine Schuhe dann so sauber aussehen? Kommissar Jakob Robinson verbrachte seinen Urlaub in den Bergen. Eines Morgens fand er heraus, dass jemand dem Besitzer des Hotels, in dem er wohnte, eine große Summe Geld gestohlen hätte. Jakob bot dem Mann seine Hilfe an und befragte alle Hotelgäste. Emma sagte, ich fühlte mich nicht gut und war den ganzen Abend in meinem Zimmer. Louis erklärte dem Kommissar, dass er erst um 2 Uhr morgens angekommen und direkt ins Bett gegangen sei. Und Simon sagte, ich habe Freunde, die hier im Dorf wohnen. Ich war sie besuchen und kam am Morgen zurück, erst vor einer Stunde. Kommissar Robinson erkannte sofort, wer der Schuldige war. Du auch? Es war Simon. Schau dir den Schnee um das Hotel herum an. Er sieht unberührt aus, ohne jegliche Fußspuren. Wie ist Simon dann aus dem Dorf zurückgekommen? Frau Wilhelm hat ihrer Tochter Maya gesagt, dass sie ihren Freund Lukas nicht sehen darf, bis sie sich auf ihre Prüfung vorbereitet hat. Danach ging die Frau einkaufen. Als sie zurückkam, entdeckte sie Lukas, der die Straße entlang lief. Als Frau Wilhelm nach Hause kam, merkte sie sofort, dass Maya ihren Freund gesehen hatte. Wie hat es die Frau herausgefunden? Als sie ging, waren fünf Rosen in der Vase auf dem Küchentisch. Jetzt sind es nur noch vier. Und als sie Lukas sah, hielt er eine Rose in der Hand. Privatdetektiv Sean wartete auf seinen Klienten in der Lobby eines großen Hotels. Der Klient war sehr spät dran. Deshalb beobachtete Sean zu seiner Unterhaltung die Hotelgäste. Ihm fiel ein Mann an der Rezeption auf. Er hatte vier Koffer dabei, lehnte aber ab, als ihm der Portier anbot, ihn mit dem Gepäck zu helfen. Der Mann ging auf sein Zimmer, nur um fünf Minuten später mit dem größten seiner Koffer wieder aufzudauchen. Eine halbe Stunde später kehrte er ohne den Koffer zurück und ging in sein Zimmer. Kurz darauf eilte er zur Rezeption und schrie, meine Koffer, sie sind weg. Sean stellte sich vor und ging zusammen mit der Hotelleitung zu dem Zimmer des Mannes. Irgendetwas schien mit dem Mann nicht zu stimmen. Und bald erkannte der Detektiv, dass er der Betrüger war. Was hat der Mann getan? Jeder seiner Koffer war kleiner als der vorherige. Der Mann packte alle in den größten Koffer und ging mit ihm weg. Und dann gab er vor, dass jemand seine Sachen gestohlen hat. Kommissar Thomas verfolgte einen gefährlichen Kriminellen. Plötzlich betrat der Mann ein Krankenhaus. Aber dort gibt es hunderte von Zimmern. Zum Glück regnete es und der Verbrecher hinterließ Fußspuren auf dem Boden. Der Kommissar folgte ihnen und gelangte in ein kleines Zimmer. Dort befanden sich drei Personen. Alle waren von Kopf bis Fuß in Verbände gehüllt. Aber einer von ihnen war jedoch ein falscher Patient. Wer? Es ist der Mann in der Mitte. Er hat keine Krankenakte neben seinem Bett. Robert sammelte seltene Münzen. Eines Tages rief er die Polizei an. Erst gestern habe ich diese Münze, die ich seit Jahren suche, ergattert, jammerte er. Und jetzt ist sie weg! Ich wette, es war einer meiner Brüder. Friedrich und Matthias wohnen bei mir. Einer sammelt alte Bücher, der andere seltene Briefmarken. All unsere Sammlungen befinden sich in einem großen Raum. Die Polizei erkundigte sich nach weiteren Details. Es stellte sich heraus, dass der Schlüssel zum Raum mit den Sammlungen in einer Vase am Kamin aufbewahrt wurde. Der Einzige, der sie besucht hatte, war Roberts Freund Markus. Ihm hatte die Münze so sehr gefallen, dass er sie ihm abkaufen wollte. Aber Robert wollte sie nicht hergeben. Als er am nächsten Morgen nach der Münze sah, war sie verschwunden. Als die Polizei ankam, stellte sie fest, dass der Raum mit dem Schlüssel geöffnet wurde. Es gab keinerlei Fingerabdrücke. Weißt du, wer die Münze gestohlen hat? Es war Markus. Er war der Einzige, der einen Grund hatte, seine Fingerabdrücke verschwinden zu lassen. Die Fingerabdrücke der Brüder wären schließlich völlig normal, denn sie wohnen da. In der Stadt gab es einen Stromausfall. Trotzdem bemerkte der Busfahrer den Hund auf der Straße und konnte rechtzeitig bremsen. Wie war das möglich? Der Unfall geschah am Tage. Es sind nur aneinandergebundene Löcher. Zugleich ist es so stark wie Stahl, aber nicht so steif wie eine Stange. Was ist es? Es ist eine Kette. Stephans Frau rief die Polizei an, um zu melden, dass ihr Mann aus der Garage verschwunden war. Es geschah vor ein paar Stunden. Sie entdeckte lediglich einen linken Handschuh. Die Polizei stellte fest, dass es ein ganz besonderer Handschuh war, den nur ein Laden in der Stadt verkaufte. Der Ladenbesitzer sagte, er hätte diese Handschuhe an nur zwei Personen verkauft. Stephans Nachbar Kevin und Stephans Arbeitskollege Boris. Der Polizist stattete Kevin einen Besuch ab und befragte ihn zu dem Handschuh. Kevin hatte nur einen. Ich habe den zweiten vor einer Woche verloren. Andere Handschuhe habe ich nicht. Der Mann zog den übrigen Handschuh an und zeigte ihn dem Polizisten. Dann besuchte der Polizist Boris. Ich habe diese Handschuhe beim Reparieren meines Autos getragen. Sie wurden ganz schmutzig und ich warf sie weg. Was glaubst du, wer hinter Stephans Verschwinden steckt? Boris. Kevin zog seinen verbliebenen Handschuh auf die linke Hand. Der Handschuh in der Garage war auch ein linker Handschuh. Sarah und Conny hatten jeweils eine Schachtel Schokolade. In jeder Schachtel befanden sich 14 Pralinen. Sarah aß ein paar Süßigkeiten. Conny aß genauso viele Pralinen, wie in Sarahs Schachtel übrig waren. Wie viele Pralinen haben sie zusammen noch? Zusammen haben sie noch 14 Pralinen. Katrin erbte von ihrer reichen Tante ein altes Haus. Als die junge Dame den Keller durchforstete, stieß sie auf eine massive Holztür. Dahinter befand sich ein kleiner Raum. Darin standen drei Taschen. Neben ihnen lag eine Notiz. In einer dieser Taschen steckt eine Million Euro. Die anderen sind leer. Du darfst nur eine Tasche öffnen. Überleg es dir gut. Auf jeder einzelnen Tasche stand eine weitere Nachricht. Auf der ersten stand, hier ist kein Geld. Auf der zweiten stand ebenfalls, hier ist kein Geld. Die Nachricht auf der dritten Tasche behauptete, das Geld wäre in der zweiten Tasche. Wenn nur eine der Aussagen wahr ist, in welcher Tasche ist dann das Geld? Das Geld ist weder in der zweiten noch in der dritten Tasche. Wenn es so wäre, wären zwei Aussagen korrekt, also ist das Geld in der ersten Tasche. Wenn du etwas suchst, findest du es immer da, wo du zuletzt suchst. Woran liegt das? Es ist immer der letzte Ort, weil du danach ja nicht weitersuchen brauchst. Ein Ehepaar fuhr in den Urlaub und bat den Nachbarn, in ihrer Wohnung nach dem Rechten zu sehen. Als sie zurückkamen, war der ganze Schmuck der Ehefrau verschwunden. Und das alles wegen eines Stromausfalls. Die Frau hatte den Schmuck an einem vermeintlich sicheren Ort versteckt. Es wurde nicht eingebrochen. Der Nachbar war eine ehrliche Haut. Der Schmuck verschwand versehentlich. Was war passiert? Die Frau hatte den Schmuck im Tiefkühler bei den Lebensmitteln versteckt. Nach dem Stromausfall waren die Lebensmittel verdorben. Und der nette Nachbar entsorgte diese Lebensmittel und mit ihnen den Schmuck. Du bist in einem Raum mit drei Türen eingesperrt. Du kannst alle gefahrlos passieren, aber die Türklinken stellen ein Problem dar. Eine steht unter Starkstrom. Auf der zweiten ist Gift. Einen einzigen Tropfen auf der Haut würdest du nicht überleben. Und die dritte ist glühend heiß, dass du dir die Haut verbrennst. Für welche Tür entscheidest du dich? Die zweite. Du kannst ein Stück Stoff nehmen, um die Türklinke herunterzudrücken. So berührst du sie nicht mit der bloßen Hand. Eine Frau wurde angefahren. Der Fahrer beging Fahrerflucht. Als die Polizei ankam, beschrieben mehrere Zeugen das Auto. Der Polizist fuhr zu einem Verdächtigen. Er hatte ein Auto, das auf die Beschreibung passte. Doch der Besitzer behauptete, er wäre den ganzen Tag zu Hause gewesen. Der Ermittler wusste sofort, dass der Mann log. Woher? Er berührte einfach die Motorhaube. Sie war nämlich noch warm. Ich fuhr über die Landstraße, als ein Reifen platzte. Ich hielt an, um ihn zu wechseln. Doch als ich wieder einstieg, sah ich, dass die Autobatterie leer war. Ich sah mich um und bemerkte, dass ich mich in einer Kleinstadt befand. Ich wollte auf Hilfe warten, aber plötzlich hörte ich Glas splittern. Es war sehr dunkel. Ich schaltete die Scheinwerfer ein und sah, wie ein Mann aus einem Haus kletterte. Er trug eine große Tasche. Ich bekam Angst und rannte zunächst gelegen in Polizeiwache. Das war die Geschichte von Herrn Dorn. Der Polizist hörte aufmerksam zu und fragte, Und wo haben Sie das Diebesgut aus dem Haus versteckt? Wie kam er auf diese Schlussfolgerung? Wie sollte Herr Dorn die Scheinwerfer einschalten können, wenn seine Autobatterie leer war? Dirk war im Keller eingesperrt. Er fand lediglich einen Zettel und einen Stift. Finde einen Weg, um mit nur einem Strich aus 188 200 zu machen und du bist frei. Fünf Minuten später öffnete sich die Tür automatisch und Dirk war frei. Was hat er getan? Er zog eine horizontale Linie, die die 188 teilte. So erhielt er zwei Einsen und vier Nullen. Eine Frau in einem violetten Kleid behauptete, Ich war noch nie in diesem Laden. Cinderella Kleider, was ist das denn für ein Name? Aber viele Personen sagen, dass die Frau in dem violetten Kleid das Bargeld aus der Kasse gestohlen hat. Sagte Polizeibeamter Schmidt zu der Frau. Sie erwiderte, Ich stand auf dem Bürgersteig, als eine Frau auf mich zurannte. Natürlich bekam ich Angst und lief davon. Dann sah der Polizist, wie ich rannte und hielt mich auf. Wir können gerne zurück in den Laden gehen, um die Sache aufzuklären. Mehrere Kunden sagten, ich könnte es gewesen sein, aber sicher waren sie nicht. Jetzt weiß ich, dass sie das Geld gestohlen haben. Entgegnete der Polizist. Wie kam er darauf? Die Frau sagte, zum Laden zurückgehen. Was bedeutet, dass sie schon vorher dort war und gelogen hatte? Deine Firma stellt Schuhe her. Du hast zwei Fabriken in verschiedenen Städten. Die Arbeiter beider Fabriken stehlen von Zeit zu Zeit Schuhe. Weitere Sicherheitsmaßnahmen sind nicht möglich, aber du musst dem Treiben ein Ende setzen. Was kannst du tun? Ermittler Adam Bauer nahm an einem Wettbewerb teil, den ein privater Berater organisierte. Adam wollte so gerne der Polizeibeamte des Monats werden. Es war der letzte Abend des Wettstreits. Der Berater erklärte die Regeln. Sie bleiben alle in einem großen Raum. Wenn sie draußen einen Schuss hören, laufen sie raus und schnappen den Täter. Wer ihn als erstes erwischt, gewinnt. Der Einsatz von Ausrüstung und Werkzeugen ist nicht erlaubt. Viele Stunden vergingen und die Personen im Raum wurden langsam nervös. Plötzlich stand Adam auf und ging in einen anderen Raum. Seine Kollegen fragten ihn, wohin er wollte, aber er antwortete nur, Ich muss mich auf die Jagd vorbereiten. Er nahm Platz, ohne das Licht einzuschalten. Einige Minuten später hörten sie den Schuss. Adam rannte nach draußen und erwischte den Täter als erstes. Der Berater überreichte ihm den Preis und fragte, Wie haben Sie das geschafft, der Erste zu sein? Wie lautete Adams Antwort? Seine Augen brauchten sich nicht erst an die Dunkelheit draußen gewöhnen, da er vorher bereits in einem dunklen Raum gesessen hatte. Irgendjemand hat aus dem Haus von Herrn Lorenz einen seltenen Diamant gestohlen. Die Polizei verdächtigt Jakob, einen bekannten Einbrecher. Ein Ermittler sucht ihn sofort auf. Doch als Jakob bemerkt, dass er keinen Durchsuchungsbefehl dabei hat, verweigert er den Zutritt. Eine Stunde später ist die Polizei wieder da, mit dem nötigen Dokument. Sie durchsuchen das ganze Haus und finden nichts. Als sie schon gehen wollen, ruft ein Polizist, Ich weiß, wo der Diamant ist. Weißt du es auch? Als die Ermittler zum ersten Mal kamen, waren Jakobs Haare viel kürzer. Er trägt eine Perücke, in der er den Diamanten versteckt. Am Dienstagnachmittag kam ein Mann zur Polizeiwache. Er behauptete, sein Auto wäre gestohlen worden. Kommissar Brandt bat ihn, ihm zu zeigen, wo es passiert war. Sie fuhren zu einem Kino. Der Mann sagte, er wäre am Vortag mit seiner Frau im Kino gewesen. Das Auto hätte derweil auf dem Parkplatz gestanden. Als der Film zu Ende war, war das Auto verschwunden. Nachdem der Polizist sich eine Weile umgesehen hatte, wusste er, wer der Verbrecher war. Hast du eine Idee? Es gibt keinen Dieb. Der Mann lügt, um die Versicherungssumme zu kassieren. Guck mal, montags ist das Kino geschlossen. Maria Wilke, eine reiche Geschäftsfrau, sammelte antike Kunstgegenstände. Eines Tages ergatterte sie eine wertvolle chinesische Figur. Maria verwahrte sie in ihrem Tresor im Büro und ging heim. Doch am nächsten Morgen war die Figur verschwunden. Die Polizei ermittelte drei Verdächtige, alle Untergebene von Frau Wilke. Der Polizist befragte jeden, ob er die Figur aus dem Tresor genommen hätte. Beate sagte, sie wäre seit Montag nicht im Büro gewesen. Ralf erwiderte, Ich weiß nicht, wie man den Tresor öffnet. Außerdem interessiert mich chinesische Kunst so gar nicht. Vincent gab zu, nachdem Frau Wilke gegangen war, in ihrem Büro gewesen zu sein. Er hätte jedoch nur Dokumente abgeholt. Wer ist der Dieb? Es ist Ralf. Wie sollte er sonst wissen, dass es eine chinesische Figur war? Ein Mann mit Hut, Bandana vor dem Gesicht und dunkler Sonnenbrille raubte eine Bank aus. Die Polizei hatte drei Verdächtige. Sieh sie dir an und finde den Täter. Normalerweise binden Leute das Bandana unterhalb ihrer Ohren. In diesem Fall bedeckt es jedoch die Ohren, vermutlich um ein verräterisches Detail zu bedecken. Bestimmt ist der Mann mit dem großen Ohrring der Verbrecher. Jens Heise war Pilot. Eines Tages kam es während eines Fluges zu einem Notfall. Jens musste die Maschine auf der Straße landen. Zum Glück verstand er sein Handwerk und niemand wurde verletzt. Nur er selbst schlug sich den Kopf an und verlor seine Erinnerungen. Als er aus dem Flugzeug stieg, kamen zwei Frauen auf ihn zu und behaupteten, er wäre ihr Ehemann. Welche sagt die Wahrheit? Die linke Frau ist ein Roboter. Sieh nur, sie hat einen USB-Anschluss am Hals. Maja war Lehrerin. Das neue Schuljahr begann und drei neue Schüler kamen in ihre Klasse. Als Maja sie sah, merkte sie sofort, dass mit einem von ihnen irgendwas nicht stimmte. Wer ist es? Der Junge in der Mitte, er hat keinen Schatten. Lars arbeitete als Sicherheitsbeamter auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff. Eines Tages fand er während eines heftigen Sturms Herrn Leinert am Boden liegend. Als der Mann zu sich kam, sagte er, jemand hätte ihm auf den Kopf geschlagen und seine Brieftasche gestohlen. Lars hatte drei Verdächtige. Linda sagte, ihr wäre schlecht gewesen und sie konnte nicht einmal aufstehen. Diana sagte aus, sie hätte sich auf ihrem Handy einen Film angesehen und Philipp erwiderte, er hätte einen Brief an seine Frau geschrieben. Lars wusste natürlich sofort, wer Herrn Leinert niedergestreckt hatte. Weißt du es auch? Karin ging auf Geschäftsreise. Sie hatte keine Gelegenheit, ihrem Freund von ihren Plänen zu berichten. Sie hinterließ ihm daher eine Nachricht mit Hinweisen. Sie schrieb, ich bin in der Stadt, die drei Fünftel China, zwei Sechstel Cäsar, und ein halber Golf enthält. Ich bleibe eine Woche. Besuch mich doch. Weißt du, wohin Karins Freund verreisen soll? Nach Chicago. Schau dir mal die Jungs hier an. Kannst du erraten, wer das Graffiti gemalt hat? Der Linke. Auf seinem Pulli ist noch etwas Farbe. Alphons fuhr eine kleine Landstraße entlang, als er sah, dass ein Auto in einen Baum gefahren war. Einen Moment später rannte ein Mann auf ihn zu. Bitte helfen Sie mir. Ich bin ganz langsam gefahren, als mich plötzlich ein LKW geschnitten hat. Ich habe die Kontrolle verloren und bin gegen den Baum geknallt. Alphons brachte den Mann zur nächsten Polizeiwache. Sie fanden den LKW-Fahrer überraschend schnell. Er war ebenfalls dort. Doch er leugnete, das kleinere Auto geschnitten zu haben. Er behauptete, er wäre zur Polizei gefahren, um den Unfall zu melden. Plötzlich wusste Alphons, wer log. Weißt du es auch? Sieh dir mal die Reifenspuren an. Es ist klar erkennbar, dass die Spuren des LKWs über denen des Autos verlaufen. Das bedeutet, der LKW kann das Auto gar nicht abgedrängt haben. Der Autofahrer lügt. Mehrere Polizisten wurden in ein Hotel gerufen. Einer der Angestellten wurde bewusstlos aufgefunden. Die Polizei prüfte die Kameras, um zu erfahren, was geschehen war. Sie konnten den Täter nicht erkennen, aber jetzt hatten sie drei Verdächtige. Sie waren alle Hotelgäste. Sarah sagte, ich habe Geräusche gehört, aber zu viel Angst gehabt, um nachzusehen. Jonas sagte der Polizei, er wäre draußen gewesen, um ein Taxi für eine Stadtrundfahrt zu erwischen. Und Daniel sagte, er hätte zu der Zeit des Vorfalls zu Hause geschlafen. Wer lügt hier? Daniel, er ist ein Hotelgast. Wie sollte er dann zu Hause geschlafen haben? Bernd besaß ein großes Geschäft, das teure Designerstücke verkaufte. In letzter Zeit kam es immer wieder zu Diebstählen. Der Mann bat seinen Freund Gustav, er war Polizist, sich der Sache anzunehmen. Gustav verbrachte zwei Stunden in dem Laden. Als er ihn verließ, wusste er, wer der Dieb war und wer an den Verbrechen schuld war. Der Polizist selbst war der Dieb. Er hat einfach eine teure Sonnenbrille gestohlen, um zu beweisen, dass die Sicherheitsvorkehrungen mangelhaft waren. Und das war der Grund für die vielen Diebstähle. Eine dieser Frauen besitzt einen Hund. Kannst du erraten, welche? Es ist die Linke. Ihr Hühnchen hat ihre Turnschuhe zerbissen. Als Anna ins Büro kam, bemerkte sie, dass ihre Kollegin Elisa verzweifelt war. Der Arbeitstag hatte gerade erst begonnen und schon hatte jemand ihre Handtasche gestohlen. Nur die Mitarbeiter hatten Zutritt zu dem Büro. Anna ging der Sache selbst auf den Grund. Janine, die in der IT-Abteilung arbeitete, sagte, sie hätte für jemanden den Computer repariert. Johanna, die Sekretärin, erwiderte, sie hätte mit einem Klienten telefoniert. Und Jan, der Verkaufsleiter, sagte, Ich war gerade in einem dreistündigen Meeting. Ich bin fix und fertig. Anna wusste sofort, wer die Handtasche hatte. Weißt du's auch? Jan, der Arbeitstag, hatte gerade erst begonnen. Wie sollte er schon mit einem so langen Meeting fertig sein? Zwei Städte liegen nah beieinander. In einer von ihnen leben Menschen, die immer die Wahrheit sagen. In der anderen leben nur Lügner. Die Bewohner der beiden Städte besuchen sich regelmäßig. Welche Frage solltest du einem Passanten stellen, um herauszufinden, in welcher Stadt du dich befindest? Frage einfach, bist du hier zu Besuch? Lautet die Antwort, ja, bist du in der Stadt der Lügner. Sag derjenige, nein, bist du in der Stadt, in der die ehrlichen Menschen wohnen. Wenn es regnet, ist die Katze entweder im Zimmer oder im Keller. Wenn die Katze im Zimmer ist, ist die Maus im Mauseloch und der Käse im Kühlschrank. Liegt der Käse auf dem Tisch und die Katze ist im Keller, ist die Maus im Zimmer. Im Moment regnet es und der Käse liegt auf dem Tisch. Wo sind die Katze und die Maus? Die Katze kann an zwei Orten sein, im Zimmer oder im Keller. Doch im Moment kann die Katze nicht im Zimmer sein, weil ja der Käse nicht im Kühlschrank ist. Er liegt auf dem Tisch, also ist die Katze im Keller. Da der Käse auf dem Tisch liegt und die Katze im Keller ist, muss die Maus im Zimmer sein. Doris war auf dem Weg zur Arbeit. Als sie an einer dunklen Gasse vorbeiging, hörte sie einen lauten Schrei. Die Frau ging ein wenig näher heran, um die Lage einzuschätzen. Jemand rief, Hilfe, hilf mir. Doch sobald Doris die Gasse sah, rief sie die Polizei und lief davon. Warum? Es war eine Falle. Zwei Fußspuren führten in die Gasse, aber es kamen keine heraus. Man Algunier, das war dann immer noch Hauses, die neighbour der Sakspell. Anleitung Aiuta, Club ist das Erそうですね. tried voll, auf die Maska sehr. Probiert euch nur noch um radiator zu lösen.